Drei, zwei, eins, boom. Wir sind live. Willkommen zurück bei, wie heißt so in der Podcast nochmal, Think Reactor. So, wir beschäftigen uns heute mit dem schwierigen Thema Diskriminierung und AI und wir haben uns dazu Verstärkung geholt. Wir haben heute hier Dr. Juliane Jacke von der Uni Bremen. Du beschäftigst dich mit, pass auf, ich kann es, ganz sozial verantwortlicher und partizipativer Technikentwicklung. Und bevor du uns erzählst, was das eigentlich heißt und was du da tust und warum und wie das mit AI zusammenhängt, würde ich dich einmal gern mit einer etwas breiteren Frage konfrontieren. Wir als Entwickler quasi sorgen ja immer oder wollen dafür sorgen, dass unsere Modelle möglichst gut funktionieren. Und dieses Gut kann man aus verschiedenen Richtungen betrachten. Und ich komme dann irgendwann immer an einen Punkt, selbst wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, welche Bevölkerungsgruppen oder welche Menschen könnten vielleicht durch dieses Modell diskriminiert werden. Ich kann dann entweder die Diskriminierung weniger machen, dann wird aber der Gesamterfolg meines Models schlechter. Oder ich kann quasi das Model besser machen, aber dann diskriminiere ich vielleicht Leute. Und das scheint mir auch in der gesamten Gesellschaft so ein bisschen so zu sein. Also man wird ja überall, tagtäglich eigentlich immer ein bisschen diskriminiert. Wie viel Diskriminierung ist okay? Oh, das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage. Ich wollte gerade sagen, Roland, du wählst heute aber den ganz harten Einstieg. Das ist tatsächlich das, was ich mich gefragt habe, auch auf dem Weg hierher jetzt. Wie viel Diskriminierung ist okay? Ja. Ja, die Frage ist ja dann schon mal, was sind die Folgen dieser Diskriminierung für einzelne Teile der Gesellschaft? Ja. Was bedeutet das für die und lässt sich das überhaupt quantifizieren? Also da ist man ja sehr stark wieder in diesem quantifizierenden Weltbild, dass man irgendwie eine Matrix hat, auf der man das dann einstellen könnte. Und dass man letztlich Diskriminierung von verschiedenen Menschen vergleichbar macht, dadurch, dass man es quantifiziert, dadurch, dass man diese Skala hat. Und ich glaube, darin liegt schon auch eine Gefahr, dass man meint, man könnte sozusagen Diskriminierungsgrenzen sozusagen setzen. Also ich frage das deswegen, weil ich habe so ein bisschen ein Problem, folgenden Punkt zu verstehen, auch in unserer Gesellschaft. Es scheint erstmal rein moralisch einen Unterschied zu geben in unserer Gesellschaft zwischen rein wirtschaftlicher Diskriminierung und quasi gesellschaftlicher sozialer Diskriminierung. Wobei die ja eigentlich irgendwann, wenn ich wirtschaftlich diskriminiert wäre, hat das soziale Folgen irgendwann. Und damit meine ich zum Beispiel, wir finden das völlig normal, dass eine Bank, bevor sie einem einen Kredit gibt, dann muss man ganz viele angemachen, dann kriegst du einen Kreditscore irgendwann, der sich auch auf irgendwelchen Algorithmen basiert. Und wir finden das aber deswegen okay, weil ja, die Bank, wenn sie halt der Meinung ist, du hast ein höheres Ausfallrisiko, dann musst du mehr Zinsen bezahlen oder du kriegst keinen Kredit. Das scheint aber so in unserem kapitalistischen Wirtschaftssystem okay zu sein, weil ansonsten würde die Bank ja vielleicht pleite gehen irgendwann oder alle müssten einen höheren Zins bezahlen oder es müsste eine staatliche Bank sein. Man weiß es nicht, aber in unserer Grundordnung scheint das okay zu sein. Und das passiert an ganz vielen Stellen. Und da regt sich selten jemand drüber auf, ob das okay ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber sobald wir in diesem sozialen Bereich sind, wo Menschen quasi sozial diskriminiert werden, dann regt sich sehr viel schneller Widerstand. Gibt es da einen Unterschied tatsächlich zwischen verschiedenen Arten von Diskriminierung und wie sie bei uns akzeptiert sind in der Gesellschaft? Ja, du würdest ja schon sagen, wenn jemand beispielsweise durch die Bank diskriminiert wird aufgrund seiner oder ihrer Herkunft, ihres Bildungsstatuses, ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung, ihres Alters, dann hat das nicht nur wirtschaftliche Diskriminierung zur Folge, sondern das hat natürlich ganz klar auch soziale und persönliche Konsequenzen. Also ich würde das gar nicht so stark unterscheiden. Und auch gerade dieses Scoring von Kreditwürdigkeit ist ja was, was sehr stark hinterfragt wird. Also wenn man jetzt beispielsweise auch an die Schufa denkt und die Frage, wonach eigentlich die Schufa-Kreditwürdigkeit einstuft und dann ist es häufig so, dass natürlich der Wohnort mit zählt. Das heißt also, wenn ich aus, sagen wir mal, benachteiligten Stadtvierteln komme oder Region, dann habe ich automatisch eine schlechtere Schufa-Scoring, als wenn ich in einem besser gestellten Viertel aufgewachsen bin oder da lebe. Und das wird hinterfragt und das wird auch stark kritisiert. Aber man muss sich, glaube ich, vor Augen führen, dass alle diese Methoden, diese Scorings im Prinzip versuchen, sagen wir mal, die Komplexität von Realität zu reduzieren und zu minimieren. Das heißt, ich muss mir immer überlegen, wie ich diese Komplexitätsreduktion mache. Und dadurch gehen mir natürlich auch immer Informationen verloren. Und dann sagt man irgendwann, okay, über den Daumen gepeilt sind Menschen, die aus bestimmten Vierteln kommen, haben in der Vergangenheit ihren Kredit schlechter bedient als andere. Und dann fange ich an zu diskriminieren, indem ich nämlich sage, die kriegen ein schlechteres Scoring als andere. Es gibt natürlich auch positive Diskriminierung. Also man möchte jetzt nicht nur sagen, Diskriminierung ist per se schlecht. Genau, also wenn man positiv diskriminiert wird, dann freut man sich potenziell. Genau, aber genau der Effekt, den von dem du eben gesprochen hast, ich wohne in einem bestimmten Stadtviertel und auch heute sind ja schon Algorithmen im Einsatz, dieses Kreditscoring machen, hat dann zur Folge, dass Leute, die vielleicht eigentlich das verdient hätten, den Kredit zu bekommen, den aber nicht bekommen. Weil, ja, Sirko, bitte. Also ich wollte so sagen, weil die Bank quasi historisch die Erfahrungen gemacht hat, durchschnittlich Leute, die daherkommen, bedienen ihre Kredite schlechter. Und wir Menschen funktionieren ja im Prinzip auch so. Unsere eigenen Vorurteile und die Diskriminierung, die wir selber ausüben, basiert ja ganz stark darauf, auf dem, was wir selber erlebt haben oder gehört haben, aber ich glaube am meisten darauf, was wir selber erlebt haben. Und das scheint grundsätzlich kein ganz guter Mechanismus zu sein, wenn man quasi möglichst versuchen will, Leute nicht zu diskriminieren. Also es ist tatsächlich ja auch ein Problem, die Frage, was sozusagen diese Kategorie… Also aus der Erfahrung zu lernen, scheint irgendwie schwierig zu sein. Nee, aber die Erfahrung ist eben auch schon belastet. Also diese Kategorien, die wir bilden, sind eben nicht neutral. Also diese Kategorie des Wohnortes, dass ich die überhaupt wähle, ist ja schon sozusagen ein Marker, den ich setze. Und also ein Problem, da kommen wir sicherlich nachher nochmal drauf, ist natürlich, dass ich auch immer nur Daten über bestimmte Marker und Kategorien sammle, von denen ich vorher gesagt habe, dass die relevant und wichtig sind. Und über die kann ich dann meine Modelle beispielsweise lernen und entwickeln lassen. Aber dass ich überhaupt entscheide, dass es diese Kategorie Wohnort gibt und dass die relevant ist und nicht vielleicht was anderes, das ist ja schon eine Aussage oder ein Marker. Oder was wir jetzt eben in den USA eben auch ganz stark sehen, die Prozesse um Black Lives Matter. Also dass Rasse oder Ethnie, was ist, was als Marker gesetzt wird, um zu unterscheiden, ob Menschen kriminell oder potenziell krimineller sind als andere. Das ist sozusagen ein soziales Konstrukt, was wir entwickeln und mit dem wir dann Vorhersagen treffen wollen oder über das wir aufnehmen. Also kann man denn vielleicht sagen, also ich glaube, das eine ist sozusagen Fairness. Also man kann sich ja überlegen, ist so ein Score, den vielleicht auch so eine Bank macht, ist das irgendwie fair, das so zu machen? Da kommt man, glaube ich, sehr schnell dahin, dass es da viele Dinge gibt, die plötzlich nicht mehr ganz fair sind. Und dann ist natürlich die Frage, also ich würde das mit der Diskriminierung, du hast vorhin gefragt, wie viel Diskriminierung ist in Ordnung oder kann man verkraften? Ich glaube, es geht dann eher um die Frage, gibt es eine wirklich systemische Diskriminierung? Also gibt es irgendetwas in so einem Score, was beispielsweise wirklich bestimmte Bevölkerungsgruppen aufgrund irgendeines Kriteriums systematisch diskriminiert? Und zwar noch nicht mal absichtlich quasi unbedingt. Genau, das kann absichtlich sein, das kann auch unabsichtlich sein. Und dann, wenn wir später über Diskriminierung oder mögliche Diskriminierung durch künstliche Intelligenz reden, dann ist es halt genau auch da die Frage, gibt es da eine systemische Komponente oder wie kann man die rausfinden? Oder was macht das eigentlich sozusagen mit uns, wenn wir KI einsetzen für bestimmte Vorgänge? Und dann erleben wir dann eine Diskriminierung, verstärken wir da Effekte oder nicht? Das glaube ich. Genau, also ich glaube tatsächlich, meine erste Intuition war, als ich dann mehr angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, eigentlich, also aktuell sind ja auch schon irgendwelche Algorithmen im Einsatz, die sind mit Sicherheit den neuen heißen Scheiß, den wir hier machen mit neuronalen Netzen und so unterlegen. Das heißt, eigentlich müsste es jetzt ja durch die neuen neuronalen Netze besser werden. Also weniger Diskriminierung werden. Und ich glaube, das war, es ist so ein bisschen naiver, erster Gedanke. Die erste Gefahr, die mir dazu eingefallen ist, war, okay, das Problem ist natürlich so ein bisschen, jetzt sagen wir den Leuten, das ist künstliche Intelligenz. Das wurde mit Millionen, Milliarden Datenpunkten trainiert. Das ist quasi Gott, nicht? Und wenn dieses System sagt, der kriegt Kredit, der nicht, dann hinterfragen die Leute das im Zweifelsfall viel weniger als vorher und nehmen das einfach so hin, ohne zu wissen, was da drin steckt. Und dann, ich kann ja vielleicht einmal kurz meine Reise Richtung Diskriminierung in der AI beschreiben. Dann habe ich gedacht, okay, der Hauptpunkt ist ja offensichtlich, liegt ja in den Daten. Weil das kennen wir aus ganz vielen anderen AI-Problemen. Wenn nur die Daten fair wären quasi und repräsentativ tatsächlich, dann müsste es doch auch möglich sein, dass wir mit einer einfachen objektiven Zielfunktion dann eine faire AI bauen können. Jetzt dieses Datenthema und da hat sich der Chef von Facebook AI, Jan Lecun, 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 auf Franzose eigentlich, gerade auf Twitter eine Schlacht geliefert mit diversen Leuten. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt oder verfolgt habt. Wenn du magst, Julian, kannst du mal nachgucken in seinem Twitter-Account von Jan Lecun. Und zwar hat er darauf hingewiesen, da gab es ein Beispiel von einem Upsampling-Modell, ein AI-Modell, was in der Lage ist, aus verpixelten, verschwommenen Bildern wieder ein scharfes Gesicht zu machen. Und dann waren da zwei Podos nebeneinander, nämlich ein verpixeltes Gesicht von Präsident Obama und das scharfe Gesicht, was der Algorithmus da rausgemacht hat, war das Gesicht eines Weißen. Ja, und jetzt hat er, Jan, hat sich drauf, da müsste so ein Tweet sein, wo er was gerietfeetet hat mit zwei Bildern drauf, gar nicht so ganz lange her quasi. Vor ein paar Tagen war es erst, genau. Also du bist da jetzt bei 24, also 24. Juni, muss mal gucken, vielleicht findest du es ja. So, auf jeden Fall hat er dann gesagt, naja, das liegt nun wohl offensichtlich daran, ich glaube, es war da oben wahrscheinlich, offensichtlich daran, dass der Datensatz quasi ein Bias schon drin hat in sich. Dass der einfach mit ganz vielen weißen, kaukasischen Menschen trainiert wurde und mit zu wenigen schwarzen und deswegen ist hier der Bias damit zu erklären. Allein mit den Daten. Und dann gab es tatsächlich einen großen Aufschrei, weil viele Leute, die sich mehr mit dem Thema beschäftigen, ohne jetzt sagen zu wollen, dass er sich nicht damit beschäftigt, gesagt haben, hey, das stimmt so nicht. Die Daten können zwar auch sein, aber es gibt ganz viele andere Punkte, die damit zusammenhängen. Und wenn wir das so auf die Daten reduzieren, dann machen wir einen Riesenfehler. Und infolgedessen habe ich mich dann auch noch mal ein bisschen tiefer damit beschäftigt und habe tatsächlich auch herausgefunden, also ich hätte auch dann eher gedacht, anfangs, ja gut, wenn die Daten gut sind, dann wird mein Modell auch gut. Und tatsächlich gibt es da ja aber Beispiele auch, wo man zeigen kann, dass auch wenn ich alleine zwei verschiedene Bevölkerungsgruppen habe, in denen bestimmte Merkmale anders verteilt sind und ich mische die zusammen in einem Topf und trainiere ein Modell darauf, etwas Bestimmtes zu erkennen und ich ziehe aber nicht in Betracht, dass das zwei verschiedene Bevölkerungsgruppen sind, dann können da tatsächlich sehr hart diskriminierende Dinge rauskommen. Also das Beispiel war in dem Fall, ich glaube, das ist von Michael Kern und Aaron, irgendwas heißen die, die haben so ein Buch rausgebracht vor einem halben Jahr über faire und sichere AI quasi. Das Beispiel, da geht es um Zulassung einer Universität, wo man halt zeigen kann, wenn ich Bevölkerungsgruppe A habe, mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, das zu bestehen und ich habe deren Eingangstest und deren Notendurchschnitt und Bevölkerungsgruppe B, die aber größer ist, mit Eingangstest, Notendurchschnitt und ich trainiere ein Modell darauf, um vorherzusagen, wer wird hier einen Abschluss machen bei uns, dann führt das dazu, in der besten Modellvariante, dass keiner der ersten Bevölkerungsgruppe, der kleineren Bevölkerungsgruppe, überhaupt nur zugelassen wird an der Uni. Und das Modell macht eigentlich alles richtig. Ich habe dir da vorhin einen Link zugeschickt, Julian, den könntest du sonst auch mal einmal anklicken, da sieht man nämlich so eine Verteilung einmal und dann würde ich das auch wieder gerne nämlich zurückspielen zu euch. Und das hat mir dann sehr stark klargemacht, als ich das damals gelesen habe, okay, wir müssen wirklich enorm aufpassen und wir müssen vielleicht sogar counterintuitiv, da, hier sieht man das, grün ist die größere Bevölkerungsgruppe, sei denn mal dahingestellt, welche das ist, rot ist die kleinere, das Plus bedeutet jeweils, die machen einen Abschluss, ist super, das Minus bedeutet, sie schaffen es nicht. Erstmal, wenn man genau hinschaut, sieht man, prozentual gibt es in der roten oder orangenen Bevölkerungsgruppe einen höheren Anteil von Leuten, die das schaffen. Also eigentlich haben die eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die einen Abschluss machen. Der durchschnittliche, der SAT-Score, so ein Schuleingangstest, den die da machen in den USA, GPA ist der Notendurchschnitt quasi, ist potenziell niedriger in dieser Bevölkerungsgruppe, aber die Abschlusswahrscheinlichkeit ist höher. Kann an verschiedenen Faktoren liegen, weil zum Beispiel vielleicht ist die grüne Bevölkerungsgruppe durchschnittlich ein bisschen reicher und kann sich erlauben, diesen SAT-Test, der kostet Geld, den häufiger zu machen und reichen zu den letzten ein, wo es besser war oder warum auch immer. So, und wenn ich die jetzt alle in einen Topf werfe und dann ein neuronales Netz baue, was quasi, das ist jetzt hier kein neuronales Netz, diese Linie, aber ein Modell baue, was vorhersagt, welcher von den Leuten, die ich zulasse, macht seinen Abschluss, dann kommt diese blaue Linie dabei raus und kein einziger aus der orangenen Bevölkerungsgruppe wird zugelassen zum Studium, obwohl sie eigentlich in dieser Bevölkerungsgruppe eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass sie es schaffen. Und das ist kein Problem, was in den Daten liegt, es ist vielleicht ein Problem, was in den Features liegt. Also man müsste counterintuitiv, müsste man sagen, okay, ich müsste tatsächlich dieses Bevölkerungsmerkmal, ob das dann jetzt Hautfarbe ist oder Rasse, whatever, wie man es nennen will, müsste tatsächlich vielleicht explizit als Feature reingenommen werden. Weil, wenn ich das berücksichtigen würde, dann kriege ich tatsächlich zwei Kurven, und dann passt es für dieses Beispiel gut, aber so einfach ist es dann in der Praxis meistens nicht. Naja, letztlich hast du ja bei diesen Dingen, also das erinnert mich auch ganz stark an die Zeit, als man mit irgendwie Support-Vector-Machines und so gearbeitet hat, das sind so Bilder, die da sehr ähnlich sind, also man versucht halt sozusagen im maschinellen Lernen so binäre Klassifikatoren zu bauen und irgendwie eine Trennlinie zu machen und man muss sich einfach bei diesen Algorithmen, glaube ich, bewusst machen, es gibt ja, die werden für ein bestimmtes Ziel implementiert, man möchte also sozusagen so eine Klassifikation hinbekommen und da werden eben, du sagst das ja selber gerade gesagt, auch bestimmte Feature reingeschoben, das heißt, derjenige, der das, ich sage jetzt mal der Architekt, der hat ja schon ein bestimmtes Bild im Kopf, also und wenn da nicht alle Feature mit abgebildet werden und das irgendwie unvollständig ist, das ist ganz häufig sicherlich unabsichtlich, dann kann natürlich sowas passieren, dass da die falschen Daten oder dass in den Daten tatsächlich Effekte drin sind, die gar nicht in dem Fall zum Beispiel in dem Labeling drin stecken, also da was fast als Plus und Minus gelabelt ist und ja, das ist, glaube ich, ein ganz typisches Problem und das Ding ist natürlich derjenige, der sich dann das Ergebnis anguckt, der kann das nicht mehr sehen, was man hier in der Grafik sieht. Ja, das kommt ja so ein bisschen auch wieder zurück, was wir vorhin mit den Credit Scores hatten, mit der Komplexitätsreduktion, also was ist dein Ziel und was passiert, wenn du False Positives oder eben das andere hast, also wen interessiert das jetzt, dass die unten rausfallen, also was ist das Interesse des oder derjenigen, die dieses Modell anwenden möchte, geht es darum, möglichst nur die zuzulassen, die auch abschließen? Genau, das ist deine Zielfunktion. Genau, oder geht es auch um andere Dinge und dann sind wir wieder da, wo du vorhin warst, was ist ein gutes Modell, wann weiß ich, dass es gut ist und dann kann das durchaus sein, also auch bei den Credit Scores, dass mir das egal ist, dass es auch in ärmeren Nachbarschaften Menschen gibt, die ihren Kredit bedienen würden. Ich würde da unterstellen, dass in der Abbildung derjenige, der das gemacht hat, gar nicht darüber nachgedacht hat, sondern der wollte eigentlich nur einen Algorithmus haben, der, ich sage jetzt mal, die Verteilung von Plus und Minus trennt und der irgendwie da eine Entscheidungsfunktion sozusagen durchfittet und wo völlig klar ist, man macht natürlich auch Fehler, weil diese beiden, also Plus und Minus, diese beiden Labelgruppen überlappen in dieser Aufteilung auf jeden Fall. Das heißt, man kann sie nicht perfekt trennen, wenn man sie jetzt hier linear trennen will durch eine Linie. Die Fehler nimmt man in Kauf, aber was man natürlich nicht möchte, ist, dass jetzt dadurch plötzlich systematische Effekte entstehen, wie zum Beispiel eine Population wird systematisch ausgeschlossen, weil sie, und das ist ja eine Auswertung, die würde man dann erst hinterher sehen, weil sie tatsächlich eben in ihrer Verteilung anders in dieser Gesamtverteilung liegt und dadurch gar nicht berücksichtigt wird. Also du würdest es vor allen Dingen erst sehen, wenn du aber dieses Feature überhaupt erfasst hättest. Man könnte ja auch ein wohlmeinder AI-Ingenieur gewesen sein, der gesagt hat, pass auf, ich bin neutral. Ich nehme das gerade nicht als Feature rein, wo du herkommst und welche Hautfarbe du hast und ich gucke nur, wie sind hier die Abschlusswahrscheinlichkeiten und wie kann ich mein Modell optimieren. Das ist ein tolles Beispiel, also ein Beispiel einfach nur, ich glaube keine echten Daten, aber ein Beispielmodell, um mal zu zeigen, wie sowas funktionieren kann. Dieses Beispiel kann man relativ leicht auflösen, indem man dann sagt, okay, ich nehme das als zusätzliches Feature mit rein, Population 1 und 2 und schon hast du dann im Prinzip zwei Trennlinien, die beide sehr gut funktionieren. Oft ist es aber tatsächlich so, dass man das nicht ideal auflösen kann und man immer einen Trade-off hat und daher kam meine Eingangsfrage zwischen Diskriminierung und dem eigentlichen Ziel. Auch jetzt aus diesem Talk, das war so ein Google Talk, wo sie ihr Buch vorgestellt haben, zum Beispiel, wenn man Werbung schaltet und man sagt, pass auf, ich habe hier den Algorithmus, der spielt das optimal aus auf die und die Zielgruppen, wir verdienen damit am meisten Geld, aber der Algorithmus hat folgende Nachteile, er diskriminiert solche und solche User. So, jetzt kannst du dir aussuchen, liebes Unternehmen, kannst ein bisschen weniger diskriminieren, dann hast du aber auch, werden deine Werbeeinnahmen halt in diesem Quartal dann und so und so viel Prozent weniger sein. So, also erstmal, der erste Schritt ist ja schon mal, dass man solche Entscheidungen bewusst fällt und überhaupt quasi das auf dem Tisch liegt mit und der andere Punkt ist aber, und jetzt komme ich wieder zurück zu meiner Eingangsfrage, offensichtlich scheint ja ein bisschen Diskriminierung hier und da okay zu sein. Man fragt sich, warum eigentlich und man ist sehr schnell in sehr komplexen Fragestellungen und ich glaube, ja, das finde ich halt, das finde ich sehr, sehr schwierig zu fassen. Genau, und deswegen habe ich dir auch gleich erstmal dich damit überfallen. Vielleicht magst du aber erstmal noch ein, zwei Worte dazu sagen, was du eigentlich sonst so machst. Achso, jetzt hätte ich fast nochmal zu dem gesagt, was du gerade gesagt hast. Ja, kannst du auch gerne, gerne, bitte, bitte. Genau, also zum einen, glaube ich, ist ein Problem tatsächlich aber trotzdem die Datenlage, weil die Frage ist ja, wo Daten über Abschlüsse herkommen, wenn bestimmte Populationen gar nicht zu Universitäten zugelassen werden. Auch. Also das ist ja, das ist ja die Grundfrage. Also man hat, und das sieht man ja in einer Vielzahl von Anwendungen, einfach über bestimmte Bevölkerungsgruppen deutlich bessere Daten als über andere. Das heißt, die Modelle, die ich dann für die entwickle, laufen einfach deutlich besser. Das sind bei medizinischen Anwendungen häufig weiße Männer. Und das sind aber, wenn es jetzt beispielsweise um staatliche Fürsorgeleistungen geht, eher, sagen wir mal, Randgruppen oder nicht Randgruppen, aber Menschen, die aus eher sozial schwachen Milieus kommen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal eine Unterscheidung, die man treffen muss. Also wir hatten jetzt ja Beispiele aus der Wirtschaft, wo Unternehmen im Prinzip ein wirtschaftliches Interesse haben. aber es wird ja jetzt auch zunehmend solche Technologien vom Staat oder von der öffentlichen Verwaltung eingesetzt, um Dienstleistungen zu erbringen oder um auch zu entscheiden, wohin Geld verteilt wird oder auch, wenn man jetzt im Emissid-System guckt, wie hoch sind Rückfälligkeitsquoten? Oder wo patrouilliert das Polizeiauto? Wo patrouilliert das Polizeiauto? Genau, dieses Predictive Policing. Oder wo muss ich ein Augenmerk drauf halten, weil da ein erhöhter Verdacht für Kindeswohlverletzungen sind. Und da sieht man ja dann eher, dass sozusagen, also bei Predictive Policing ist das ja sehr schön, dass dann noch mehr patrouilliert wird in Gegenden, wo ohnehin schon viel kontrolliert würde. Und dann, denke ich, da natürlich auch noch mehr. So ein bisschen wie Donald Trump mit seinem, ja, wir müssen aber nicht so viel testen, dann haben wir auch nicht so viele Cases. Genau, genau. Wo ich gucke, da entdecke ich auch was. Und das ist, und wenn man im Emissid-System, das ist ja die große, es gab ja in den USA dieses Kompass-System, was Vorhersagen darüber treffen sollte, ob Menschen, nach wie sagt man, wenn sie vor Gericht stehen und dann Bailout, Kaution kriegen oder nicht, und dann wurde ein Score errechnet, inwieweit sie rückfällig werden oder nicht und dann hat man eben auch gesagt, naja, das ist stark diskriminierend, weil nämlich gerade Afroamerikaner viel häufiger auch von der Polizei kontrolliert werden und dann wird wieder was aufgedeckt als immer jetzt kaukasestämmiger Amerikaner. Und da muss man sagen, ist es tatsächlich ein Problem der Daten, weil ich viel bessere Daten immer über einen Teil der Bevölkerung habe und damit natürlich dann auch meinen Fokus sozusagen auf diese Teile der Bevölkerung richte. Und das kann positiv sein, im medizinischen Fall, aber eben auch negativ. Das fand ich auch sehr spannend bei dieser Predictive Policing-Geschichte. Da ist es, glaube ich, am prominentesten auch sozusagen durch die Medien gegangen oder auch sich am ehesten Mal untersucht worden. Dass man im Prinzip sagt, naja, gut, das, was da jetzt der Algorithmus macht, das ist häufig jetzt nichts Neues, sondern da werden im Grunde genommen Unterschiede, die es auch vorher schon gab, nochmal manifestiert oder vielleicht sogar nochmal verstärkt. Aber auf jeden Fall manifestiert. Und das Problem, was ich jetzt darüber gelesen habe, ist eben häufig so, dass man dann sagt, naja, aber jetzt habe ich halt einen Algorithmus oder eine Software, die darüber entscheidet. Und das heißt, derjenige, der damit arbeiten muss, der kann halt nicht nochmal in die, oder der guckt noch viel weniger in die Daten- oder in die Aktenlage, wie er das vielleicht früher gemacht hätte, wenn es ein kritischer Mensch gewesen wäre, sondern jetzt hat man diese Software als Frontend und man hat im Grunde genommen keine wirkliche Möglichkeit, da haben wir letztes Mal auch drüber gesprochen, reinzuschauen. Also nicht in der Tiefe reinzuschauen, sondern vielleicht auch nachzuvollziehen, wie kommt denn eigentlich das System auf diese Einschätzung oder diese Klassifikation. Und dann würde man ja vielleicht an bestimmten Fällen tatsächlich das auch sehen und würde diesen Bias sozusagen auch sichtbar machen. Und ich glaube, tatsächlich die technische Möglichkeit, das zu tun, ist da oder zumindest in Reichweite, dass man da Forschung reinstecken können und auch müsste. Und ich glaube, dass tatsächlich dann, dann hat die Technologie auch nochmal, dann würde es wirklich aus meiner Sicht einen echten Benefit machen, weil dann würde man so eine Art, ja, also man würde eben noch so eine zusätzliche Ebene mit reinziehen, aufgrund derer die User nachvollziehen können, wie so eine Entscheidung passiert ist und könnte dadurch, glaube ich, Diskriminierung stärker verhindern. Also was man tatsächlich auch noch als einen weiteren Akteur sozusagen sehen kann, sind diejenigen, die mit diesem Entscheidungsunterstützungssystem arbeiten und inwieweit die sich der Empfehlung des Systems ausgeliefert fühlen oder eben auch aufgrund ihres Statuses und ihrer Ausbildung befugt fühlen, das System zu hinterfragen. Also ein gutes Beispiel ist, in Österreich gibt es ein System zur Arbeitsmarkteingliederung, das berechnet, wie hoch die Chancen sind, dass jemand wieder Fußfass der Arbeit los ist und da hat natürlich der Staat ein Interesse daran, jetzt diese etwas längerfristigen Unterstützungsmaßnahmen und Fortbildungsmaßnahmen nur an diejenigen zu vermitteln, die tatsächlich auch eine gute Chance haben. Also es ist auch hoch diskriminierend, das System ist recht transparent, sieht man als Frau, kriegt man gleich einen schlechteren Score, vor allen Dingen, wenn man Kinder hat oder andere Personen, für die man sich sorgen muss. Menschen mit Migrationshintergrund haben häufig einen schlechteren Score, weil man nicht nachvollziehen kann, was die Erwerbshistorie ist, da ist die Datenlage wieder ein Problem. Also das ist das eine, das System, aber das andere ist die Frage, wie entscheiden dann Beamte, wenn sie diesen Score zurückbekommen? Und also es gibt Untersuchungen, die sagen, naja, die haben natürlich aufgrund ihrer Erfahrung, können die das System hinterfragen und können sagen, nein, ich weiß jetzt, hier sitzt mir die Person, sitzt mir gegenüber, ich kenne den Kontext, ich kann das viel besser einschätzen, die kriegt jetzt trotzdem eine Arbeitsvermittlungsmaßnahme oder eine Fortbildungsmaßnahme. Aber die Frage ist natürlich, was mit zukünftigen Generationen auch passiert, die sozusagen sozialisiert werden in der Anwendung von so einem System. Und trotzdem ist es ja auch eine hohe Eigenverantwortung. Also ich meine, ich sage jetzt mal ganz lapidar, jemand, der einfach nur seinen Job runterreißen will, der kann natürlich einfach sagen, ja, das System hat halt den Score empfohlen, das ist jetzt der Way to go. Du kannst dir nichts falsch machen mit. Genau. Also sprich, Du kannst ja nur verlieren, wenn du dem widersprichst. Das weiß ich nicht, aber ich denke halt, dass es appelliert auf jeden Fall eine hohe Eigenverantwortung von demjenigen, der damit umgeht. Und das würde ich auch auf jeden Fall sozusagen mitfordern. Aber das ist natürlich eine etwas idealisierte Version der Realität. Naja, es ist ein Professionsverständnis auch. Sieht man bei Lehrkräften auch, gibt es ja mittlerweile Systeme, die vorhersagen, wie der Lernerfolg von Schülerinnen und Schülern ist, wo die Probleme haben. Und dann ist die Frage, was für ein Professionsverständnis habe ich? Bin ich die Expertin und das System unterstützt? Oder welche Rolle hat sozusagen dieses System in einem leeren Lernprozess oder in diesem Arbeitsvermittlungsprozess? Und man hat ja also zumindest jetzt, wenn es um Entscheidungen im öffentlichen Sektor geht, als Bürgerin schon ein Recht auf Ermessen, also auf eine Ermessensentscheidung. Und dann kann ich ein System über mich entscheiden aufgrund von wie auch immer gewählten Kriterien. Aber ich glaube, das ist eben auch eine große Schwierigkeit, eher diese Technikgläubigkeit. Man glaubt eben dem System und dieser vermeintlichen Objektivität von Daten und dann ist alles so komplex und schwer nachvollziehbar und dann glaubt man, das wird schon irgendwie stimmen. Also dann sozusagen sich selbst gegen dieses System und die Entscheidung des Systems oder die Empfehlung zu stellen, ist schon eine Herausforderung. Und ich glaube, das wird übrigens, das wird in Zukunft extrem zunehmen. Da habe ich auch schon oft drüber gesprochen, mich über das ganze Thema Bildung. Ich glaube, da machen wir auch noch einen eigenen Podcast haben wir dazu geplant, KI und Bildung, weil die zunehmende Verbreitung von solchen Systemen erfordert tatsächlich eine ganz andere Art von Mensch als die, die wir heute ausbilden. Also nach wie vor ist ja unser Bildungssystem, um das nur mal kurz zu streifen, bildet quasi Arbeitsbienen für die Industrie aus. So ist der Fokus. Die sollen tun, was man ihnen sagt, still sitzen und gehorchen und funktionieren. So und genau das brauchen wir in Zukunft ja überhaupt gar nicht mehr. Sondern wir brauchen genau dann quasi mündige Bürgerinnen und Bürger, die in der Lage sind zu sagen, ja okay, warte mal, hier habe ich so ein komisches System, das schlägt was vor, aber ich sehe dich und habe mir deine Geschichte angeguckt und ich sehe ganz was anderes. Und deswegen machen wir es jetzt so. Und ja, dass glaube ich, solche Menschen quasi zu formen und ihre Persönlichkeiten entsprechend zu entwickeln, da hat unser Schulsystem noch einiges vor sich, das staatliche, um quasi dahin zu kommen. Wir haben beide, haben wir festgestellt, wir haben beide drei Kinder jeweils und wir haben zwar noch nicht über Schule an sich gesprochen, also kurz ein bisschen, aber ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt und tatsächlich die Leute, die heute, glaube ich, in solchen Jobs sind, die sind da gar nicht drauf vorbereitet. Die sind halt sozialisiert worden, einerseits, je älter sie sind, desto mehr hierarchisch geprägt quasi, hierarchisch, patriarchalisch und genau und jetzt kommt die neue Technik, die sie eh nicht verstehen, da ist der komische Computer und der sagt jetzt hier, der kriegt oder der kriegt nicht und du weißt, wenn deine Quote schlechter ist als die vom Durchschnitt, dann kriegst du Ärger mit dem Chef. Ja, was machst du dann? Obwohl ich mir schon mal unterstellen würde, den großen Vorteil, den eben, sagen wir mal, ältere Den ist dann egal irgendwann. Nee, das würde ich jetzt nicht sagen, sondern die haben Erfahrung. Kann mir gar nichts. Die haben vor allen Dingen Beamter. Nein, die haben vor allen Dingen positive Erfahrungen, was ihr eigenes Urteilungsvermögen angeht. Hoffentlich. Das stimmt. Das können die mit reinbringen. Und das werden jüngere Mitarbeiterinnen nicht haben. Das ist ein guter Punkt, insofern nehme ich meinen letzten so ein bisschen wieder zurück. Und jetzt nochmal auf die... Ja, ich würde auch sagen, es gibt, also naja, also ich würde dir in vielen zustimmen, aber in der Absolutheit, wie du es formuliert hast, würde ich es gerne ein bisschen relativieren wollen. Ich glaube, es gibt schon auch eine ganze Reihe Leute, die mir, es gibt auch mir ein bisschen zu wenig Leute, die wirklich Verantwortung übernehmen wollen. Das erlebe ich auch so. Aber es gibt sie. Man sieht sie da draußen. Werde bitte mehr. Wo ist die Kamera? Keine Ahnung. Guter Punkt, aber ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, also es gibt auch ganz tolle Lehrer, die auch genau das tun. Ja. Es gibt nur leider viel zu wenige davon, aber es gibt sie und das macht halt den riesen Unterschied dann für deine Kinder, was die, wenn die da erwischen. Ja, das ist aber auch, glaube ich, ein Problem, was man generell hat, wenn man, jetzt sind wir ja beim Thema Bildung und Informatikunterricht, also was ist es, was Kinder lernen müssen, wenn sie zur Schule gehen? Und dann fangen die häufig mit irgendwelchen Office-Anwendungen an, aber man müsste sagen, nee, es geht eigentlich um den kritischen Umgang mit digitalen Technologien und mit dem, was das mit uns als Menschen und als Sozialsystem und Gesellschaft macht. und das sozusagen anzufangen, kritisch zu hinterfragen oder so Dinge wie algorithmisches Denken, wie funktioniert eigentlich so ein Programm, damit das nicht nur irgendeine Blackbox ist, in der ich vielleicht Word und PowerPoint bedienen kann, sondern mit der ich mich tatsächlich auch auseinandersetze. Aber da sind wir ja, also es gibt ja viele, die sagen, es muss verpflichtend Informatikunterricht geben und zwar schon ganz jung. Und wir haben ja jetzt gesagt, unsere Kinder sind ja auch Grundschüler oder gerade Oberschüler. Die fangen jetzt an, ihre ersten Schritte alleine zu gehen und sich in dieser digitalen Welt zu orientieren und die sind eigentlich völlig überfordert. Und wenn man jetzt mal schaut, also auch bei mir im Bekanntenkreis, auch in dem Freundeskreis der Kinder, viele Eltern ja auch. Also es gibt eigentlich niemanden, der diesen Kindern eine Orientierung gibt. Mich würde mal interessieren, du beschäftigst dich ja, so wie ich es verstanden habe, auch beruflich sehr stark damit, wie sozusagen Technologie, unser soziales Miteinander irgendwie verändert. Dabei finde ich wirklich sehr spannend, du hast gerade gesagt, Kinder sollten das lernen oder sollten das kritisch hinterfragen. Können wir das denn sehen? Das finde ich immer die spannende Frage. Also wir finden, es gibt ja viele Leute, die stellen sich raus und sagen, so und so wird es sein, das und das wird passieren. Ich würde den erstmal allen nicht glauben, also weil ich einfach das schon so häufig erlebt habe, dass sich jemand rausstellt und sagt, genau so wird es sein und das müssen wir jetzt tun und es war auch, glaube ich, in der Geschichte häufig so, dass die Prognosen nicht alle richtig waren, sondern dass die Entwicklung dann eine ganz andere genommen hat und das würde mir mal, also ich denke auch, Bildung ist ein ganz wichtiger Faktor, Mündigkeit ist ein ganz wichtiger Faktor, aber wie, wir hatten letztes Mal, habe ich nochmal gesagt, wir befinden uns ja immer noch in der Digitalisierung. Also wir reden über künstliche Intelligenz, aber eigentlich haben wir noch einen ganz großen Schritt auch zu vollziehen, wir wissen eigentlich noch gar nicht, was wir mit diesen ganzen Daten, mit diesen, also wie es uns verändern wird und da würde mich interessieren, wie siehst du das, kann man das irgendwie sehen, was da wirklich passiert oder? Also ich glaube, was wir brauchen, sind tatsächlich analytische Konzepte, um zu verstehen, was passiert. Also klar, da gebe ich dir recht, man kann jetzt nicht vorhersagen, wie die Welt irgendwann aussehen wird, aber man kann durchaus sozusagen Lernwerkzeug, Denkwerkzeuge erlernen, mit denen man diese kritische Auseinandersetzung führen kann. Also dass ich beispielsweise damit davon anfange, mich zu verabschieden, dass Technologie was Neutrales ist, was außerhalb von sozialen Gefügen stattfindet oder entwickelt wird. Man tut ja so, als ob die Technologie ist irgendwie da und die ist irgendwie auch objektiv und neutral. Das ist ein beliebtes Argument, ja. Es wurde immer gesagt, die Technologie an sich ist ja nicht gut oder böse. Das ist das Beispiel mit dem Hammer, wenn ich den Hammer, kann ich den Nagel hauen und wenn ich dir damit auf die Hand haue, dann ist das böse. Genau. Aber da kann der Hammer nichts für. Dann sagt man so, okay, wie ist der Hammer konzipiert worden, für was für Einsätze. Also es ist sozusagen ein Kulturwerkzeug, auch ein Hammer. Ein Hammer zeigt auch was darüber aus, was man als Kultur machen kann, nämlich Dinge zusammenhauen oder einander auf den Kopf. Also es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, Technologien zu nutzen, aber es fängt eben auch schon bei der Entwicklung von Technologien an. Und dann ist aber auch, also jetzt das Hammerbeispiel, wenn man das nimmt, es macht sozusagen dann auch wenig Sinn, über den Hammer an sich zu reden, sondern du und der Hammer, ihr seid ein sozio-technisches System. Und wenn du ihm jetzt auf den Kopf haust, dann macht das was mit euch. Und da ist der Hammer nicht unschuldig dran, weil der hat bestimmte Affordanzen, die er dir ermöglicht, auf den Kopf zu holen. Wie kann ich das jetzt auf künstliche Intelligenz übertragen? Also ich und KI, wir sind ein sozio-technisches System. Also ich hätte es jetzt so verstanden, also bei dem Hammer, wir wissen, man kann ihn auf verschiedene Art und Weise einsetzen. Wir wissen, er ist gefährlich grundsätzlich. Der ist nicht ungefährlich, der Hammer. Wir verstehen nämlich, weil ich, damit kann ich Nägel in die Wand hauen, das Ding ist hart. Das sagen wir auch unseren Kindern. Genau, und das sagen wir auch unseren Kindern. Wir bringen den Bypass auf. Das ist ein hartes Ding. Wenn du damit falsch haust, wenn du den nicht richtig benutzt, dann kann das wehtun und dann kann das schlimme Konsequenzen haben. Und ohne das jetzt so überzudramatisieren, aber um quasi den Bogen auch wieder zurück zur KI zu finden, ich glaube, dass es eine wichtige Erkenntnis ist, auch für alle Menschen, die KI entwickeln, dass es quasi nicht nur die Zielfunktionen gibt, auf die ich optimiere, sondern dass ich hier ein Werkzeug habe, was durchaus, auch wenn ich, sogar wenn ich der Meinung bin, ich habe es richtig benutzt, weil es kam das raus, was ich wollte, nämlich 99,9% Accuracy bei der Vorhersage, ob da jemand genommen wird oder nicht, kann ich trotzdem, wenn ich nicht aufpasse, währenddessen großen Schaden anrichten. Und auf diesen Schaden quasi muss ich achten. Und jetzt kommen wir vielleicht so ein bisschen, können wir schon mal das Thema Regulierung streifen. Man kann sich ja dann fragen, okay, wenn das so ist, dass auch wohlmeinende Programmierer mit Erfahrung bauen da Dinge zusammen, die dann auch tatsächlich hervorragende Ergebnisse zeigen, jetzt mal hervorragend bezogen auf die Zielfunktion, wie zum Beispiel, ich erkenne Leute, die kreditwürdig sind oder ich erkenne Leute, die zur Schule dürfen oder so, oder die im Krankenhaus behandelt werden oder eine Arbeitsvermittlungsmaßnahme bekommen. In dieser Zielfunktion sind die sehr gut in der Prognose. Sie richten aber potenziell großen Schaden an, weil sie zum Beispiel systematisch diskriminieren, bestimmte Bevölkerungsgruppen komplett ausschließen und so weiter. Wie siehst du das, Juliane? Ist das quasi etwas, was reguliert werden müsste aus deiner Sicht, wozu es Regeln geben müsste? Gibt es Regeln eigentlich aktuell gegen Algorithmen? Es muss ja nicht jetzt eine moderne KI sein, kann ja auch so Standard, Regression, SVM oder irgendwas sein, was sicherlich überall im Einsatz ist bei Banken, Versicherungen und so weiter. Nicht gegen Algorithmen jetzt per se, aber es gab gerade eine große Unterschriftenaktion, habe ich auch gerade in dem Twitter-Feed gesehen, den wir eben aufgerufen hatten. Da ging es um ein Paper, was bei Springer veröffentlicht werden sollte, wo die aufgrund von Fotos, Vorhersagen über den, über die Gefahr der Kriminalität von Menschen treffen wollten und hatten also eine Datenbank, mit der sie die trainiert haben. Und das hat so einen Riesenaufschrei jetzt gegeben, hat gesagt, also man kann aufgrund des Aussehens keine Aussagen darüber treffen, ob jemand kriminell ist oder nicht. Also das entbehrt jeder wissenschaftlichen, egal wie jetzt, wie gut sozusagen mein Modell auf meinen Trainingsdatensatz passt oder nicht, ist das was, was nicht wissenschaftlich veröffentlicht werden sollte. Es gab ja schon mal dieses Facebook-Modell vor ein paar Jahren schon, mir fällt gerade nicht mehr ein, wie der Kollege hieß, der das gemacht hatte, wo sie anhand nur eines Fotos von Facebook dann zum Beispiel mit 90%iger Sicherheit vorher sagen konnten, ob jemand homosexuell ist oder nicht. Und dann haben sie, dann fingen wilde Spekulationen an, ob das an den Wangenknochen femininigen Gesicht, nee, das lag dann wahrscheinlich eher daran, dass dann Homosexuelle sich potenziell anders kleiden, sich anders ergeben und man dann quasi schon so am Gesamtbild des Menschen könnten wir auch vielleicht als Mensch teilweise sagen, na, vielleicht. Genau, war aber auch hart umstritten. Genau, und die Frage ist ja aber, also genau, auf die ich ja eigentlich hinaus wollte, also die KI-Forschung, die meisten KI-Forscher zumindest, glaube ich, sind eher nicht der Meinung, es müsste reguliert werden, es gibt so eine kleine Minderheit, die sagt, doch, doch, alles gefährlich, wir brauchen genau, wie wir eine Flugzeugbehörde haben, weil Flugzeuge sicherheitskritisch sind, brauchen wir auch quasi eine KI-Behörde, weil KI sicherheitskritisch ist, das ist aber eher die Minderheit, so wie ich das wahrnehme, die meisten sagen, nee, komm, wir müssen jetzt einfach hier Vollgas und die Algorithmen werden ihre Probleme schon selber lösen, so nach dem Motto. Ich glaube, das ändert sich aber gerade, also ich würde sagen, dass sich das schon irgendwie ändert. Ihr beim DFKI, ihr wollt gerne reguliert werden. Wir sind Forschung, Forschung ist immer frei, sozusagen. Ist das so, aber zum Beispiel bei Genforschung ist das auch nicht frei, da darfst du auch nicht alles machen. Naja, es gibt ja Forschung, ja, nicht frei in dem Sinne, dass man alles machen darf, aber in dem Sinne, dass man ja sozusagen, wir schreiben ja auch Anträge und bei Studien, die, also das ist ja auch in der Forschung so, wenn ich jetzt irgendwelche ethischen Fragestellungen oder ethische Rechte mit antaste, dann gibt es eine Ethikkommission und dann gibt es sozusagen, also es gibt sozusagen gewisse Kontrollmechanismen, die auch Forschung kontrollieren, ganz klar, aber natürlich ist sozusagen, sich in der Forschung jetzt direkt mit Regulierung zu befassen, macht, glaube ich, da hat man ein bisschen zu früh die Schere im Kopf, so, um jetzt forschen zu können. Also man hat ja schon auch immer häufiger jetzt in Entwicklungsprojekten, man sagt dazu ELSI, ethische, rechtliche und soziale Implikation von, oder Aspekte von Forschung. Und das ist in vielen Projekten eher so ein Feigenblatt, man hat dann irgendwo eine Sozialwissenschaftlerin oder Anthropologin oder Philosophin sitzen, fängt aber trotzdem immer schon mal seine Entwicklung an und genau, aber es gibt sozusagen, also sagen wir mal, der Druck und der Einfluss wird zunehmend stärker von Menschen, die sozusagen eher diese kritische Auseinandersetzung fordern. Also ein gutes Beispiel ist ja jetzt, was ich gerade erzählt habe, mit dem offenen Brief, der da gegen Springer veröffentlicht wurde. Also es gibt auch eine gewisse Selbstregulierung. Aber diese Frage mit der Ethik ist auch recht schwierig, weil dann hätte man am liebsten gerne, das habe ich auch gesehen schon öfter, wir entwickeln eine Checkliste und dann muss ich das einfach nur alles ankreuzen und dann weiß ich hier, ich will so einen Ethikstempel und dann ist alles fein. Und so einfach funktioniert das glaube ich nicht. Also man muss, man muss in diesen Projekten sich auch immer fragen, also wenn man jetzt sagt, dass Technologie auch immer was damit zu tun hat, Ungleichheiten, die bestehen, zu verstärken. Also das sagt man ja, meistens ist es so, dass Technologien… Also dieses Potenzial gibt es auf jeden Fall bei Kali. Das sehe ich auch. Genau. Und das ist also sozusagen, wäre dann die Frage eigentlich, wenn ich so ein System entwickle, wessen Handlungsmacht wird eigentlich verstärkt. Also wie verschiebe ich sozusagen so ein Machtgefüge innerhalb eines Sozialsystems und wer bekommt sozusagen mehr Macht? Wie viel Macht und Einfluss hat auch das System dann auf den Entscheidungsfindungsprozess beispielsweise? Und wer ist davon betroffen und vielleicht auch ohnmächtig gegenüber diesen Entscheidungen? Also das sind Fragen, die man sich stellen kann. Also jenseits von diesen, das sehe ich auch schon beim autonomen Fahren, gibt es ja diese ganzen Gedankenexperimente, wer soll jetzt überfahren werden? Ja, das ist eigentlich für völligen Quatsch. Totaler Quatsch. Da können wir uns nochmal an anderen Stellen drüber unterhalten vielleicht. Das ubert sonst aus. Aber dass man sozusagen eher sich anschaut, was so ein System eigentlich, also wie so ein System Machtgefüge verändert. Und wer sozusagen dann eine Deutungshoheit hat. Und das ist häufig eben so, dass das eben eher die Großkonzerne sind, die dann immer mehr Daten über einzelne sammeln sammeln und Entscheidungen sozusagen eine bestimmte Richtung treffen oder eben, jetzt hatten wir ja zig Beispiele. Ich glaube, wir haben einfach momentan, ich meine, es gibt sozusagen so einen weltweiten Boom oder Run auf künstliche Intelligenz. Es gibt ja immer wieder so das Beispiel, wir haben China auf der einen Seite, wir haben die USA auf der anderen Seite, wo steht Europa? und momentan ist das schon, glaube ich, noch so ein bisschen, sagen wir mal, so eine Wildwest, weltweit gesehen, so eine Wildwest-Manier, dass man halt und das auch sozusagen die Europäer oder auch die Deutschen sich sozusagen getrieben fühlen und da das Gefühl haben, okay, verdammt, wir müssen jetzt irgendwie, wir dürfen auf keinen Fall regulieren, wir müssen jetzt Daten sammeln, wir müssen das alles öffnen, sonst sind wir abgehängt. Mal abgesehen davon, dass ich persönlich glaube, dass sich da der Wind nochmal drehen wird. Es wird dann nicht nur noch um Daten gehen, aber das ist auch nochmal ein anderes Thema. Glaube ich halt, dass wir mit unserem bisherigen Gesellschaftssystem da, also wir müssen uns schon fragen, wie wollen wir eigentlich damit umgehen und ich meine, wir regulieren andere Dinge. Man darf jetzt nicht zu früh, also ich denke, es ist halt ein Balanceakt. Einerseits musst du sozusagen, es ist schon wichtig, so die Wirtschaft und auch die Forschung entsprechend zu pushen. Andererseits muss man eben schon gucken, umso mächtiger die Technologie wird, genau diese Fragen, wer profitiert eigentlich davon oder wie, welche, wem gibt man jetzt die Macht in die Hand? So und da denke ich, da kann staatliche Regulierung schon was tun und sollte sie auch tun. Wir hatten diese Riesendebatte und haben sie teilweise immer noch mit der Datenschutz-Grundverordnung und da kann man halt der und der Meinung sein, aber letztlich, was ich positiv da oder sehr positiv daran sehe, ist, dass man ja versucht, dem Einzelnen diese Mündigkeit, über die wir gesprochen haben, auch wieder zurückzugeben, dass man halt eine Möglichkeit, eine rechtliche Möglichkeit bekommt, diese Sachen auch ja, zu unterbinden und ich glaube, das ist schon wichtig. Es ist halt nur, wie gesagt, es ist ein Balanceakt, weil die technologische Entwicklung geht halt sehr schnell und es geht natürlich darum, bestimmte Dinge trotzdem auch weiterentwickeln zu können, um auch das, sagen wir mal, die KI-Kompetenz zu halten. Das sagen ja Politikwissenschaftlerinnen und Juristen eben auch, das Problem ist, dass die Gesetzgebung natürlich immer ein bisschen hinterherhängt. Und also gerade die Datenschutz-Grundverordnung ist ja eigentlich, muss man sagen, weltweit auch wegweisend. Inzwischen, ja. Inzwischen ist sie das. Naja, nee, ich meine, es wurde im Vorfeld, bevor sie kamen, war es ein Riesenaufschrei und wir werden abgehängt und keine Ahnung. Und mittlerweile ist eigentlich da genau das Gegenteil passiert, was ja eine gute Geschichte ist, dass sozusagen andere dann auch gesagt haben, guck mal, da passiert was in Europa, das müssen wir eigentlich auch machen. Also so rum kann das auch funktionieren. Aber, ja. Kurz, also zu DSGVO, genau, also wenn wir ja über mögliche Regulierung von KI-Systemen sprechen, haben wir eben schon dann gesagt, okay, die Erfassung der Daten quasi, die ist reguliert inzwischen. Wenn auch auf eine Art und Weise, wo ich sagen muss, also ich finde es ein bisschen zwiespältig, weil was wir tun, ist, wir privatisieren die Daten. Es scheint mir aber nicht so sehr ein regulatorisches Problem zu sein, sondern eher so ein moralisches oder gesellschaftliches Problem. Grundsätzlich ist es irgendwie nicht gut, Daten zu sammeln. Da stellt man sich gleich, wenn du Daten sammelst, dann bist du gleich in so einer ganz blöden Ecke und die Leute finden dich doof quasi. Und deswegen will man eigentlich nicht sagen, ja, ich sammle jetzt ganz viel Daten so von dir und dir und dir. Wir erlauben aber im Prinzip ja jegliches Sammeln von Daten, solange nur der Nutzer zugestimmt hat. Und wenn du dann auf den sozialen Medien und sonst so bist, ja, da hast du einmal geklickt und hast schon zugestimmt. Und zack, sind die Daten weg. Die aber staatliche Institutionen, Forschungseinrichtungen und Leute, die diese Daten brauchen würden, tun sich da aber sehr, sehr schwer mit quasi, diese Daten tatsächlich zu erheben, sodass das eigentlich dazu führt, ja, wir erlauben quasi den Monopolisten oder Duopolisten in der digitalen Welt völlig legal, den Leuten all ihre Daten zu klauen. Und ja, wenn sie wollten, könnten sie, könnte ich auch sagen, du musst jetzt aber wieder löschen und vielleicht machen sie es dann auch. Könnte sein, ne? Aber der Effekt ist ja der, dass tatsächlich einfach, weiß ich nicht, wahrscheinlich mehr als 95 Prozent aller Daten landet halt bei diesen Mono- oder Duopolen. hinterher. So, aber jetzt mal davon abgesehen, also der Teil, der Teil ist schon mal irgendwie reguliert und ich glaube, eine Regel ist dann besser als gar keine in dem Fall und es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, wahrscheinlich, nicht das Ende vom Lied. Jetzt kommen wir aber dahin und ich habe dich eben so verstanden, also du sagst, in der Forschung selber siehst du eigentlich keinen Bedarf für Regulierung und ich glaube auch der, der Hauptpunkt, der da glaube ich von den Leuten angebracht wird, die auch eine Regulierung in diesem Bereich fordern, ist einerseits quasi die Angst vor einer Superintelligenz, die potenziell für den Menschen nicht vorteilhaft ist, also dass irgendwelche Leute in irgendwelchen Labs irgendwas zusammenbauen, was außer Kontrolle gerät und auch wenn das vielleicht jetzt noch nicht in naher Zukunft absehbar ist, dass sowas passieren könnte, weil es aber vielleicht vorstellbar ist, dass sowas in 20 oder 50 Jahren passieren könnte, sollte man schon jetzt dafür sorgen, dass das quasi nicht passiert, so das ist glaube ich die eine Fraktion und dann gibt es noch diese Fraktion, die sagt, okay wir sollten grundsätzlich unethische Benutzung von AI, also man könnte ja schon so weit gehen und sagen, okay wenn ich einer AI beibringe, Menschen zu erschießen, möglichst immer genau zwischen die Augen, ist das, also darf ich daran forschen oder nicht, ist das was, was mit Forschungsgeldern bezahlt wird, das machen aber die Rüstungskonzerne machen das. Ja deswegen muss ich das mal kurz nochmal klarstellen, also wenn ich sage, Forschung muss, also Forschung wird schon reguliert und das ist auch gut so und da gibt es ja auch Kriterien, es gibt diese, diese ELSI-Kriterien, es gibt verschiedene andere, es gibt ja auch einen ganzen Gutachtenprozess, ich kann also deswegen nicht einfach machen, was ich will, es gibt auch, wir haben in Bremen hier die Zivilklausel und und und, also es gibt sozusagen durchaus Mechanismen, wie Forschung auch reguliert werden kann und sollte, aber was ich eigentlich damit meinte war, dass man natürlich in der Forschung immer dadurch, dass man etwas entwickelt, was es so noch nicht gibt, muss man immer irgendwelche Grenzen sozusagen durchstoßen und ich meine, ich muss ja nicht den Antrag schreiben, um eine KI zu entwickeln, die Menschen irgendwie erschießt, sondern letztlich, also ich meine, das würde keiner tun, letztlich kann aber Forschung sozusagen in eine Richtung gehen, dass man am Ende des Tages diese Ergebnisse auch für was ganz anderes benutzen kann und dann, und ich denke, das ist die Regulierung, die ich meinte, dass das sozusagen auf der Produktseite oder auf der Seite, sobald etwas wirklich kaufbar und einsetzbar oder kommerziell skalierbar einsetzbar wird, dort muss nochmal auch eine zweite oder eine wichtige Regulierung greifen, weil sozusagen nicht… Also bei dem, was wir machen dann, also er will nicht reguliert werden, aber wir sagen schon. Nee, aber die Anwendung schon, also das, was wir vor uns für den öffentlichen Sektor hatten, da ist die Regulierung beispielsweise, dass du ein Recht auf Ermessen hast, ne? Genau. Also das ist nicht das System, was entscheidet, sondern da sitzt eine Person oder das, weil ja die GSVO-Profiling im Prinzip verboten ist, ne? Also du kannst nicht geprofilt werden und dann sieht man aber selbst im privaten Sektor, also es haben ja jetzt einige Unternehmen, wie gesagt, sie werden jetzt für ein Jahr keine Gesichtserkennungsentwicklung, weiterführen. Also da gibt es einen, sagen wir mal, gesellschaftlichen… IBM ist da ausgestiegen, wer ist da noch? Microsoft glaube ich auch. Microsoft, also ganz viele Große, sind jetzt einige hinterhergekommen. Ja. Genau, und also es gibt einen großen, sagen wir mal, zivilgesellschaftlichen Druck, was auch die Verantwortung von solchen Unternehmen betrifft und die stellen sich dem auch zunehmend. Also gut, in den USA ist natürlich jetzt eh gerade ganz schön viel los, aber die sehen, dass sie, also sagen wir mal, diese Größe der Unternehmen hat eben auch einen gesellschaftlichen, gesellschaftliches Gewicht, die müssen auch sehen, dass sie eine gewisse Verantwortung haben und haben das zumindest jetzt fürs nächste Jahr ausgesetzt. Also was ich mir, ich meine, wir könnten jetzt weit abschweifen auch in die Thema, in die Thematik unethische AI, Waffen und so weiter, aber ich glaube zum Beispiel, es war insofern auch kein ganz gutes Beispiel von mir, weil ich glaube, in diesen fremdfinanzierten Forschungen quasi, was ihr hauptsächlich macht, an der Uni und an den Instituten, da ist das sowieso sowas immer ausgeschlossen in den Kriterien. Fremdfinanzierte Forschung hast du das? Ja, der Bund, ja gut. Öffentlich finanzierte Forschung. Öffentlich ist besser gesagt, genau, weil fremdfinanziert könnte ja auch dann, privat, ja, genau. Also das machen wir natürlich auch, aber auch da ist es halt so, dass auch da unterliegen wir gewissen Klauseln, also wenn du eine öffentliche Forschungseinrichtung bist, dann kannst du halt auch nicht jede Forschung machen. Genau, aber das ist wahrscheinlich auch gut so und also darauf wollte ich eigentlich noch, dass in der Forschung wahrscheinlich gibt es schon Bereiche, wo man sagen würde, also vielleicht gibt es Bereiche, ähnlich wie in der Gentechnik, wo wir zumindest als westliche Gesellschaft hier sagen würden, das ist unethisch, wir verbieten auch, auch die Forschung von Unternehmen in diesem Bereich, weil wir das überhaupt nicht möchten. Wer aber glaube ich, würde uns jetzt zu weit vom Thema wegbringen, wenn wir da reingehen, wo ich eigentlich noch mal gerne hin wollte, ist tatsächlich jetzt in die Praxis. So und wir haben ja heute schon alle möglichen Algorithmen in der Praxis und ich glaube jetzt für eine solche Regulierung, eine mögliche Regulierung, sollte es erstmal der Regulierung so ein bisschen egal sein, was das für ein Algorithmus ist. Muss ja eigentlich so ein bisschen, ich glaube der Algorithmus muss bestimmte Funktionen und bestimmte Kriterien erfüllen, um quasi potenziell dann reguliert werden zu können. Also ich fände es so ein bisschen grundsätzlich, glaube ich, was ich mir vorstellen könnte, dass man tatsächlich so eine Art Gütesiegel auf einer AI hat, dass sie bestimmten Mindestanforderungen von Fairness, Gerechtigkeit und Diskriminierungsfreiheit entspricht. Und diese Anforderungen müssten im Prinzip dann aber gültig sein für jede Form von Algorithmus, egal ob das jetzt eine normale lineare Regression ist oder ein SVM oder ein neuronales Netz. Und was ich mir dabei, also sowas kann ich mir grundsätzlich vorstellen, obwohl es mich in der Praxis natürlich behindern würde. Allerdings, jetzt kommen wir zu diesem vielbeschworenen Wettbewerbsvorteil, so KI made in Germany oder Europe, weil, mit einem anderen Anspruch belegt, weil man dann quasi solchen Unternehmen, die immer mehr öffentlich unter Druck geraten, dass sie ihre Gesichtserkennung einstellen müssen und so weiter, denen die Möglichkeit und auch Behörden die Möglichkeit geben kann, Systeme einzusetzen, wo man sagt, dieses System hat das Gütesiegel quasi, wie auch immer es dann heißt, Fair AI, whatever, weil es erfüllt diese und jene Funktionen. Und jetzt kommt aber das eigentlich Schwierige. So ein Gütesiegel zu erfinden ist ja, gut, können wir jetzt erfinden schnell. Nach welchen Kriterien, nach welchen Features schaut das denn? Also, wir hatten vorhin dieses Beispiel mit den grünen und den roten Kreuzen, nicht? Und da war es dann hinterher relativ leicht zu sagen, okay, pass auf, die mit den roten Kreuzen, die müssen auch eine faire Chance haben. Und ein Algorithmus muss zeigen, dass wenn sich da jemand bewirbt, der das Zeug hat, dann muss der da auch durchkommen. So, wen darf ich denn jetzt alles nicht diskriminieren? Oder wen muss ich jetzt alles beschützen? Wer definiert diese Features? Dann ist man, okay, Männer, Frauen, Frauen dürfen nicht und dann vielleicht alte Junge und dann hast du irgendwie Sinti und Roma und keine Ahnung und Dunkelhäutige und also, wo fängt das an, wo hört das auf? Ist das praktikabel? Kann man das irgendwie operationalisieren? Siehst du da eine Chance, Viviane? Ich glaube das nicht, dass du das so operationalisieren kannst und diese Boxen ticken. Das war das, was ich vorhin auch mit den Elsie-Checkboxen Genau, das ist das Problem mit der Regulierung. Genau, also ich meine, wir haben ja schon, also was ja in Deutschland sehr etabliert ist, ist die Technikfolgenabschätzung. Ja. Ja, also das hat man sich ja bei Atomkraft und bei anderen Technologien auch schon gefragt. Wie reguliere ich das und wie kann ich überhaupt den Einfluss und die Auswirkungen solcher Technologien auf Gesellschaft abschätzen, um dann zu sagen, will ich das als Gesellschaft oder will ich das eben nicht? Und das ist, glaube ich, eine Frage, die man sich bei Anwendungen immer wieder stellen muss. Das ist ja das, was du letztlich vorhin auch gesagt hast. Es geht um den Anwendungskontext, also nicht ganz abstrakt sozusagen das System, was ich entwickle, sondern ganz konkret, in welchem Anwendungskontext wird das eingesetzt werden und dann sind wir wieder bei diesem Machtgefälle. Also wem gibt das sozusagen mehr Handlungsmacht und wen schränkt das ein? Und im Prinzip müsstest du dann diese Abschätzung jedes Mal von Neuem treffen. Pro Projekt quasi. Ja, weil es gibt eben auch ganz, also jetzt sagen wir nicht, hochtechnologische Beispiele, wo man das eigentlich ganz schön sieht. Also es gibt eines der ersten, sagen wir mal, aus diesem sozio-technischen Systemdiskurs, gibt es ein sehr wichtiges Paper, da ist die Frage, ob Artefakte im Prinzip politisch sind oder nicht. Und das Beispiel, was gebracht wird, ist eine Brücke. Und diese Brücke wird in New York Richtung Staten Island so gebaut, dass die so tief ist, dass da nur PKWs durchfahren können und keine Busse. Und das sieht erstmal nicht so aus, als ob das ein Problem ist. Aber wenn man weiter drüber nachdenkt, und das war eben die Dynamik, die entstanden ist, können da keine öffentlicher Nahverkehrbusse durchfahren. Das heißt, niemand kann diese Halbinsel besuchen, der kein eigenes Auto hat. Das heißt, ich grenze systemisch aus. Jetzt würde man ja nicht per se sagen, Brücken sind verboten oder Brücken von einer bestimmten Höhe. Also ich muss mir immer anschauen, wie sozusagen diese Technologie im Einsatz bestimmte Praktiken sozusagen konfiguriert, erlaubt oder verhindert. Und wen das dann beeinträchtigt oder eben nicht. Also insofern halte ich das für schwierig, das per se sozusagen zu sagen. Und sozusagen ein Stempel drauf hier, dieses System kann man per se verwenden. Ja, also fände ich potenziell auch problematisch durchaus. Ich glaube, dass es auch bei Menschen problematisch ist. Wir haben auch schon öfter über den Vergleich gesprochen. Also wir stellen sehr, sehr hohe Anforderungen an Maschinen und an Systeme. Wenn ein Mensch den gleichen Job macht, dann sagen wir ja, er ist halt ein Mensch. Das ist gut. Der hat Vorurteile. Der versucht, der soll nicht diskriminieren, darf er auch nicht, macht er aber. Es ist ja manchmal ganz gut, dass Menschen Entscheidungen treffen. Das ist ja eigentlich das, was sozusagen jetzt auch kritisiert wird, dass wenn du ein Entscheidungssystem hast, sozusagen die Bias, die das System hat, über alle Fälle hinweg gleich sozusagen ist. Das heißt, du hast immer wieder das gleiche, die gleiche Bias. Wenn du es auch, wenn du es auf Menschen verteilst, du sozusagen das, also unterschiedliche Biases auch hast. Ja, genau. Du kannst du Glück und Pech haben, je nachdem, an wen du gerade gerätst quasi. Das ist fair. So ist das Leben. Das ist das Leben. Ich wollte nochmal sagen, dieses ganze Thema Zertifizierung und Regulierung im weitesten Sinne, die Lösung, die hat, glaube ich, noch keiner. Also, aber um vielleicht auch nochmal zu erklären, das ist gerade in Europa ein großes Thema. Es steht zurzeit in vielen politischen Papieren. Es gibt auch Forschungseinrichtungen in Deutschland. es gibt in Dortmund beispielsweise da auch, ja, also es gibt sozusagen in ganz Deutschland verschiedene Gruppen, die sich damit beschäftigen. In Dortmund ist eine davon. Und was man dann üblicherweise macht, ist, man guckt sich zum einen an, okay, wo können denn Fehler passieren und die Fehler passieren oder wo stecken sozusagen Quellen für solche Diskriminierung und die stecken halt, haben wir jetzt ja gerade schon gesagt, die stecken in den Daten, sie stecken potenziell auch im Algorithmus und sie stecken natürlich in der Anwendung, also in dem Anwender. Man kann natürlich auch einfach so was missbrauchen. Das ist dann so. Und was man in üblicher Weise, was momentan eben da viel diskutiert wird, ist, dass man zum einen sich die Anwendungskritikalität anschaut. Also sprich, ist das jetzt eine Anwendung, möchte ich einfach, sagen wir mal, rede ich jetzt über ein System, was die Sicherheit für ein Atomkraftwerk abdecken, soll, um jetzt mal ein extremes Beispiel zu nehmen, oder nehme ich, oder rede ich über etwas, was, was weiß ich, im Social Media Bereich eingesetzt wird und einfach sozusagen dazu da ist, dass die Leute gut miteinander interagieren können. Und das haben versucht sozusagen, darüber so eine Stufe aufzuspannen und zu sagen, für bestimmte Anwendungen können nur bestimmte Algorithmen oder Algorithmenklassen eingesetzt werden, die man jetzt aber noch nicht hat, aber die man sozusagen dann definieren kann nach bestimmten Prinzipien, nach Transparenz, Fairness. Also es sind halt sozusagen auch wieder jetzt nur so Schlagworte, die da aufgemacht werden. Aber man kann dann anfangen, für jedes dieser Schlagworte zu versuchen, um Kriterien zu finden. Und dann bin ich irgendwann in so einer Richtung, ich sag mal, wie in einem, vielleicht in der Lebensmittelindustrie, wo ich sagen kann, okay, wenn ich das Siegel habe, dann habe ich Freiland, Stallhaltung, was auch immer. Und die Bio-Schweine werden aber trotzdem in normalen Schlachthöfen geschlachtet quasi. Ja, es ist alles nicht perfekt, aber ich will damit sagen, eigentlich will man am Ende des Tages, am Ende der Reise, muss eigentlich irgendwas stehen, was irgendwie nachvollziehbar ist, wo man irgendwo sagen kann, okay, das ist ein Kriterium, auf das kann ich testen. Und also, wie gesagt, ich habe nicht die Lösung, ich will nur sagen, das ist jetzt gerade der Weg oder die Idee, wie man sich da versucht, dem Thema zu nähern. Also ich bin da bei dir, dass es ein Weg ist. Ich glaube auch, es ist eher ein Feigenblatt als eine Lösung allerdings. Man will sowas gerne. Ich glaube auch, es ist halt sehr, sehr schwer zu operationalisieren. Allein schon das Aufstellen der Kritikalitätspyramide, ein Wort, das ich gelernt habe bei Bremen AI, in unserem Ethik-Meetup, da haben wir nämlich mal dann, ich weiß nicht, mit 30, 40 Leuten, haben wir da so eine Session gemacht, wo wir dann lauter verschiedene AI-Themen hatten und wir sollten die in kleinen Grüppchen in dieser Pyramide einordnen, wo dann oben die ganz kritischen sind und unten die nicht so kritischen. Kamen völlig unterschiedliche Ergebnisse raus. Völlig unterschiedliche Ergebnisse. Das heißt, wir konnten noch nicht mal in dieser recht informierten, aufgeklärten Gruppe von 30, 40 Leuten uns darauf einigen, wie kritisch eine bestimmte Anwendung ist oder nicht. Da waren Sachen dabei, wo ich gesagt habe, komm, das ist wirklich völlig banal. Nee, das ist für mich aber total wichtig. Aber das zeigt ja auch nochmal schön, dass das letztlich ein Aushandlungsprozess ist. Genau, hier sieht man gut die verschiedenen Gruppen und wo sie ihre verschiedenen Fokuspunkte gesetzt haben. Zum Beispiel das Auto bei der einen Gruppe ganz oben, dann bei den anderen weiter unten. Und das sind so die verschiedenen Themen, die wir da halt so hatten. Wenig Übereinstimmung bei den allermeisten Dingen. Hier Medizin war bei den allen relativ hoch. Ich glaube, das Herz sollte dafür stehen. Ja, aber auch einfach teilweise echt gravierende Unterschiede. Aber das ist ja, also wenn ihr jetzt nochmal an die Atomkraftdiskussion denkt, das war ja in Deutschland auch recht gespalten mit denjenigen, die im Prinzip gegen Atomkraft waren und die, die gesagt haben, nee, also Atomkraft braucht man, wenn man überhaupt ressourcenschonend wirtschaften möchte. Also das ist, glaube ich, ein gesellschaftlicher Diskurs, der da stattfinden muss, darüber, was für Technologien wir als Gesellschaft haben möchten, die uns sozusagen unterstützen. Und da ist... Und auch, was wir kritisch finden jeweils. Wir kritisch finden, genau. Wenn ich das kritisch, wenn ich Endlage habe, wo ich nicht weiß, quasi wohin oder sage ich, ja, wieso, das ist doch akzeptabel. Das ist für mich gar nicht so schlimm. Und dann hast du Atomkraft, Gentechnik hattest du, Gentechnik hattest du jetzt auch schon genannt, war auch eine Stammzellforschung. Und das wird dann aber, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass das eben auch rauskommt dann aus der Wissenschaft oder aus, sagen wir mal, so Technikfirmen, dass das tatsächlich was ist, was man in den offenen gesellschaftlichen Diskurs bringt, was dann eben nicht nur in diesen elitären Zirkeln diskutiert wird und dass man sich gemeinsam darüber Gedanken macht und austauscht, in was für einer Welt man eigentlich leben möchte. Und letztlich sind KI-Anwendungen genau das gleiche. Und das fängt bei Pflegerobotern an, wo viele eben eher reserviert sind. Andere sagen, das ist genau die Zukunft, wo wir hin müssen. Dann diese ganzen Konversationsagenten, die wir zu Hause rumstehen haben, also auch sehr gespalten. Manche haben irgendwie vier Stück davon zu Hause stehen. Andere sagen, das will ich mir nie, nie ins Zimmer stellen. Aber das sind ja neue, also wir haben irgendwie, es sind neue Herausforderungen, die sie stellen. Und jetzt muss man einen Konsens auch gesellschaftlich finden, der tragfähig ist, wie man damit umgehen möchte. Und Gesichtserkennung beispielsweise ist auch ein Riesenthema. Also wir haben ja, es gibt ja Länder, die haben überall CCTV, also alles wird gefilmt. Das ist in Deutschland auch so nicht denkbar. Also insofern ist das, glaube ich, jetzt gerade erst der Anfang, dass man sieht, dass das problematisch ist. Und es gibt immer mehr, die sich mit diesen Themen auch auseinandersetzen, auch richtig der Angst stellenweise haben. Aber ich glaube, das ist genau die richtige Richtung, um sozusagen den Diskurs zu öffnen. Genau, also ich denke auch, dass das wichtig ist. Wir haben natürlich, aber wenn ich jetzt überall Kameras habe, quasi, ich glaube, also wir haben schon zwei verschiedene Arten dann von Diskriminierung. Das eine ist nämlich die aktive Diskriminierung. Sie sagt, pass auf, ich tracke jetzt alle Leute und ich kann das eben durch KI, weil ich damit die Gesichter erkennen kann. Aber das ist, dadurch habe ich das Gesicht und dann weiß ich, wer es ist und dann fängt meine Diskriminierung an quasi im Zweifelsfall. Das ist ja auch unterschiedlich gut, die Erkennung, ne? Ja, die sind schon von verschiedenen Menschen. Ziemlich, je nach, genau, also je nachdem, worauf das KI-System trainiert ist quasi, das ist dann auch wiederum, wie bei uns Menschen, für Europäer sehen, Asiaten oft alle sehr ähnlich aus. Man fragt sich, wie halten die sich untereinander, äh, auseinander. In Wirklichkeit sehen sie aber völlig unterschiedlich aus, nur unsere Augen haben da meistens keinen Blick für. Das kann bei KI-Gesichtserkennern tatsächlich auch genauso sein, dass sie dann bei einer bestimmteren, weiß ich, Europäer, können die gut und dann Asiaten aber nicht oder so, aber das ist ein Datenproblem, das kann man Daten lösen. Aber worauf ich hinaus wollte ist, das eine ist quasi, da sehe ich tatsächlich bei der Gesichtserkennung, sehe ich KI, das ist ein Werkzeug, um quasi jemanden zu identifizieren und das kann das auch mit hoher Genauigkeit wahrscheinlich, ja, können auch Fehler beipassieren, die wahrscheinlich auch bias-bedingt sind teilweise, sehe ich auch, aber was ich im Prinzip, also da finde ich es noch relativ transparent, was da passiert grundsätzlich, während ich halt so Beispiele wie vorhin und das war ja nun ein total banales Beispiel, aber das kann man sich ja auch in total viel kritischeren Kontexten vorstellen, wo quasi die Firma, die das gebaut hat, so eine Firma wie wir, sagt, ey, guck mal, wir haben das hier, das funktioniert 1a, guck hier auf die Werte mit den Trainingsdaten und was wir gebaut haben, das kannst du in die Produktion nehmen und dann wird es in die Produktion genommen und funktioniert da und richtet halt im Zweifelsfall einen Schaden an, den niemand sieht, hat Folgen, die niemandem bewusst sind und man fragt sich natürlich schon auch als jemand, der sowas baut, wie können wir das verhindern? Man muss sich natürlich auch anschauen, dann welchen Incentive haben dann die Firmen, das zu verhindern tatsächlich. Aktuell haben sie, glaube ich, sehr wenig Incentive, sich damit wirklich zu beschäftigen, weil aktuell ist auch die ganze KI-Szene so ein bisschen, man bettelt sich so auf bestimmten Standarddatensets um den neuesten State of the Art, den ich mit noch weniger Zeit und keine Ahnung erreicht habe und weniger Trainingsdaten und weiß ich nicht, was ja überhaupt gar nichts damit zu tun hat, wie gut und auch hier das Gut wieder zweischneidigt, das tatsächlich in der Realität funktioniert, mit echten Daten, mit echten Menschen und was es da tatsächlich anrichtet oder auch an Nutzen stiftet und das ist, das finde ich durchaus auch so ein bisschen gefährlich, diese reine Fokussierung auf die dritte Nachkommastelle, wie gut mein Modell da performt auf bestimmten Standarddatensätzen und es gibt grundsätzlich, glaube ich, keine Datensätze ohne Bias darin, so oder so. Es gibt wahrscheinlich auch keine Menschen ohne Bias und deswegen glaube ich auch, wahrscheinlich von der Entwicklungsperspektive her muss man sich immer den Anwendungsfall anschauen und sich überlegen und das müssen, glaube ich, sowohl dann die Leute, die das bauen oder die dann forschen mit jemandem zusammen als auch das Unternehmen, was das einsetzen will, müssen sich die Zeit nehmen zu überlegen, was könnte da wirklich auch schief gehen. Ich glaube, das ist dann genau der Grund, warum dann jetzt dann immer, da wird noch einfach jemand mit dazugeholt, der irgendwie sozialwissenschaftlich, Philosophie oder irgendwas studiert hat, Hauptsache nichts Technisches und das ist dann aber aktuell eher so das Feigenblatt, so ein bisschen, weil dann am Ende wahrscheinlich doch auf die Performance einfach geschaut wird. Ich glaube, das liegt auch stark daran, dass es einfach tatsächlich lange Jahre gar nicht so im Fokus war und jetzt kommen wir halt dahin, dass die Systeme auch, es gibt Unternehmen, es gibt eine KI-Szene, es gibt sozusagen kaufbare, also es kommt halt langsam an und ich denke, da hat man eben auch in der Forschung, glaube ich, ich glaube vor zehn Jahren war das noch nicht so ein Thema, aber jetzt merkt man auch und es hat sich jetzt eben auch in den Ausschreibungen gezeigt, hups, man müsste eigentlich mal dringend mit Leuten reden, die sich auch sozusagen um die gesellschaftliche Einbindung von solchen Technologien und ich glaube auch tatsächlich, also korrigieren wir mich, wenn ich da falsch bin, aber es gibt auch einfach nicht viele Leute, die da wirklich Expertise haben, die Expertise entsteht gerade erst, also jetzt in den letzten, keine Ahnung, drei, vier Jahren oder so. Dass es auch interdisziplinäre Studiengänge gibt, die Leute im Prinzip auch für beides ausbilden. Und wenn man jetzt sagen muss, in Bremen ist es ja auch schon stark verankert gewesen, also durch die angewandte Informatik. Ja, genau, auf jeden Fall. Dass man Informatik nicht nur als eine Ingenieurswissenschaft versteht, die technisch arbeitet, sondern auch Informationssysteme immer in diesem Anwendungskontext. Ja, und das glaube ich, ist halt so, so wichtig und mich wird, deswegen hatte ich die Frage vorhin auch gestellt, also ich meine, es ist glaube ich wirklich, wie macht, wie geht man vor, wenn man, wenn man verstehen will, wie uns Technologie verändert oder wie wir sozusagen ja in unserem gesellschaftlichen Miteinander, in welche Richtung wir uns da weiterentwickeln sozusagen. sagen. Das finde ich extrem spannend und wird uns glaube ich noch sehr viel beschäftigen. Wir reden glaube ich über viele Dinge, von denen wir alle noch nicht so genau wissen, wie sie uns denn verändern werden. Was mich nochmal interessieren würde, ist tatsächlich, also wir haben jetzt ein bisschen darüber gesprochen, was alles passieren kann quasi und welche Probleme es tatsächlich alles gibt. Wir haben festgestellt, so jetzt mal eine platte Regulierung, das wird uns auch nicht so richtig weiterbringen. Im Prinzip müsste man sich das Case-by-Case anschauen. Ich frage mich so ein bisschen, also was kann man dann tatsächlich, was kann man in der Praxis wirklich tun? Also was können wir wirklich tun, um diese Probleme zumindest kleiner zu machen? Ist das die Lösung, dass man dann jemanden mit sozialwissenschaftlichem Hintergrund dann mit in so ein Team steckt und sagt so, geh mit den anderen spielen, ihr sollt jetzt hier was bauen, was Bewerber aussiebt. Wir haben 100.000 Bewerbungen, wir stellen aber nur 1.000 Leute ein und ihr sollt jetzt ein System bauen, dass sich hier nicht mehr 20 HR-Leute sitzen habt, die sich die Bewerbungen ja auch nur jeweils maximal eine Minute anschauen, bevor sie entscheiden, ob kommt das zu dem Stapel, die ich mir genauer anschaue oder nicht und die dann wahrscheinlich dann mehr Fehler machen als das Modell, was ich baue. Das hat ja Amazon, hat das ja tatsächlich eingestellt. Die hatten ja ein System entwickelt, was das automatisch scannen sollte und haben dann festgestellt, dass nur weiße Männer übrig bleiben. Alle Frauen sind automatisch ausortiert worden. Weil das System, das ein guter Amazon-Personaler geworden ist und gelernt hat von den bestehenden Amazon-Personalen. Ja, genau. Da sind wir wieder mit der Komplexitätsreduktion und alle, die Fußballkapitänen drinstehen hatten, sind rausgeflogen. Nee, ich glaube, was tatsächlich eine Möglichkeit ist, ist, dass man einfach diesen Entwicklungsprozess nicht entkoppelt von dem Anwendungsprozess sieht, sondern dass du diejenigen, die die Domänexpertise haben und die auch diese Daten kennen und darum wissen, wie diese Daten entstanden sind, dass die im Entwicklungsprozess mit beteiligt sind. Weil man tut ja jetzt so, als ob die Daten völlig roh und ohne Kontext zu einem kommen, recht jungfräulich, sagen wir mal fast, und dann arbeitet man mit denen. Das sind die aber eigentlich immer. Eigentlich kann ich aus der Erfahrung sagen, in den Praxisprojekten, also eigentlich ist das nie so, dass man sagt, so pass auf, hier ist ein Haufen Daten, mach mal, sondern tatsächlich das Allererste, was wir immer tun, ist, wir müssen erst mal die Daten verstehen. Und da ist immer eine Domänexpertin oder Experte vom Kunden dabei und erklärt uns, wo die Daten herkommen, warum die so sind und wir versuchen Auffälligkeiten zu finden und fragen nach, warum ist das so? Und das ist schon, weil ansonsten kann man auch keine guten Modelle bauen. Aber dann bist du wieder, genau, bei den guten Modellen, dann hast du sozusagen einen Kunden, der hat ein gewisses Erkenntnisinteresse, verbunden mit diesen Daten und dann wirst du dein Modell so optimieren, auf sein Erkenntnisinteresse. Genau, dass es auf diesem Erkenntnisinteresse ausgerichtet ist. Weil du nämlich alle anderen Stimmen sozusagen, vielleicht diejenigen, die von den Daten dann, oder von den Entscheidungen betroffen sind, überhaupt nicht mit einbezogen hast. Genau. Also du wählst sozusagen auch einen bestimmten... Das heißt mal, unser Kunde ist hoch zufrieden, wir haben genau das geliefert, was er haben wollte. Für die Gesellschaft ist es im Zweifelsfall nicht cool. Nee, genau. Deswegen fragt man sich dann wieder, okay, wenn das so wäre tatsächlich, dann riecht das ja ein bisschen nach Regulierung, aber es ist eben extrem schwer. Aber man hat das in den verschiedensten Designprojekten ja jetzt auch, dass man mittlerweile immer auch mehr dazu übergeht, dass man zukünftige Nutzerinnen und Nutzer mit einbezieht. Weil man sagt, die Systeme werden besser oder werden besser angenommen, weil Nutzerinnen und Nutzer Mitspracherecht haben. Gut, wenn ihr jetzt ein System für eine Bank entwickelt beispielsweise, haben die vielleicht kein Interesse daran, dass die Kundinnen und Kunden teilnehmen. Also deswegen, dieser Anwendungskontext ist so wichtig und das sozusagen, das bestehende soziale System sozusagen innerhalb dem dieses, eure Anwendung eingebettet werden wird. Und dann ist eben die Frage, wie verschiebt sich das? Also wenn ich jetzt einer Firma, und das ist die Frage, ob ihr euch die Frage stellen müsst oder ob es sozusagen Watchdog-Organisationen geben muss, die da drüber wachen, die dann eben schauen, wie sich bestimmte Machgefüge verändern. Aber es gibt ja auch in Deutschland eine zivilgesellschaftliche Organisation, wie zum Beispiel Algorithm Watch, die genau darauf spezialisiert sind. Und? Ja, also ich, ach, jetzt habe ich gerade vergessen, was ich sagen wollte. Da hake ich sonst nochmal ein mit einer lustigen Geschichte. Wir hatten nämlich tatsächlich als Firma bei uns, wir haben mal ein Chatbot gebaut im Krankenversicherungsbereich und da kann man so fragen, wie viel, ich war bei meinem Zahnarzt, wie viel Zuschuss kriege ich für meine neue Krone und solche Dinge und dann rechnet er das zusammen mit einem aus und stellt einem Fragen und dies und das. Und wir waren uns ziemlich sicher, dass das ziemlich gut ist, das System. Und irgendwann ist jemand mal auf die Idee gekommen, das war zum Glück noch nicht in der Praxis quasi, aber eigentlich waren wir der Meinung, das ist production ready. Irgendwann hat jemand mal geschrieben, ich war bei meiner Zahnärztin und brauche jetzt eine Krone. Das System hat nicht verstanden, worum es geht, weil es das Wort Zahnärztin überhaupt nicht kannte. Weil wir aufgrund unserer eigenen Vorurteile, die wir so mit uns rumtragen, ja, nee, Arzt, ne? Das ist ein Mann. Ich war beim Arzt, ich war beim Zahnarzt, dass es auch eine Zahnärztin geben könnte und da haben wir jetzt ziemlich erschrocken, ehrlich gesagt. Wir sagten, hui, das müssen wir jetzt nochmal alles angucken und aber auch nochmal selber mal ein paar Minuten innehalten und das reflektieren, damit uns sowas zumindest nicht normal passiert. Und das ist ja nur ein ganz banales Beispiel, wo jetzt auch kein großer Schaden entsteht erstmal. Aber glaube ich, schon auch ein gutes Beispiel dafür, um zu zeigen, wie schnell das gehen kann, dass man auch quasi als wohlmeinender Entwickler ja, dann seinen eigenen Vorurteilen auferlegt und der Meinung ist, alles funktioniert super. Ja, in Wirklichkeit hat man aber ganz essentielle Dinge. So ein bisschen wie das Gegenteil von gutes gut gemeint, ne? Ja, genau. Also du brauchst eine gewisse, das ist glaube ich auch, eine gewisse Diversität in Entwicklungsthemen. Richtig. Und das ist eben auch nicht. Könnten noch mehr Frauen sein. Du brauchst halt auch einfach, künstliche Intelligenz heißt halt glaube ich nicht, dass man die eigene Intelligenz ausschalten soll. Also ich glaube, das ist halt eine ganz wichtige Message, dass man sozusagen, man muss es halt weiter hinterfragen und gucken, wie man es einsetzt. Wir haben natürlich Dunkelverarbeitungssysteme und das ist auch das, was die Leute wollen. Die wollen Dunkelverarbeitungssysteme. 100.000 Bewerbungen kommen rein, ich möchte nur, dass die besten 10.000 bei meinem Personal dann landen überhaupt. Und das sind immer, das sind Systeme, also ich bin voll dabei bei dem, was du gerade gesagt hast. Man sagt, seinen Kopf nicht ausschalten, aber mein Kopf, ich kriege das gar nicht zu Gesicht. Da kommt ja nur noch was Gefiltertes raus. Das ist genau wie in deinem Newsfeed. Das ist ja alles schon gefiltert. Du kriegst das, was du siehst, kannst du dann mit deinem gesunden Menschenverstand beurteilen. Klar, je mehr du dann da in Filterbubbles reingerätst und so weiter, wird es immer schwieriger. Aber genau, aber der Punkt ist ja gerade, es wird, es gibt jetzt schon und wird immer mehr Systeme geben, die tatsächlich in Dunkeln arbeiten und ja, wo der Mensch eben nicht mehr mit drauf schaut. Genau, und die Frage ist dann, wie dahinter kommen. Also was sind Mechanismen? Es gibt ja auch zum Beispiel Forschung, die quasi KI entwickelt, um KI zu... Genau, da wollte ich hin. Also das, also ich, ob das jetzt der Weg, der letztendlich goldene Weg ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, das muss man sich halt auch klar machen. Man kann künstliche Intelligenz ja auch zum Beispiel dazu einsetzen, genau diese, diesen Bias oder diese Dinge aus, aus KI-Systemen rauszuholen. Also es gibt sozusagen konkurrierende Netzwerke, die versuchen sich gegenseitig zu attackieren oder bestimmte, bestimmte Biase rauszukriegen und ich glaube, das sind so Technologien, die vielleicht auch helfen können, sozusagen dabei, sowas, sowas zu verbessern. Aber tatsächlich, tatsächlich denke ich halt, es ist halt wirklich wichtig, immer in der Anwendung, egal wie es dann gestrickt ist, die Intelligenz nicht auszuschalten und tatsächlich dann die Mitarbeiter oder so wirklich auch nicht nur zu sagen, ich möchte meine 20 HR-Leute nicht mehr, sondern die Leute, die dann da sitzen, die müssen halt auch die entsprechende Schulung haben oder die entsprechende Ausbildung, um wirklich mit diesem Outcome auch umgehen zu können. So, denke ich. Das ist auch die Frage, diejenigen, die sowas entwickeln, wo sie selber ihre eigene ihre eigene Responsibility sehen. Ja. Also, die hatten jetzt eine Studie gemacht, wo wir Tutorials, Machine Learning Tutorials uns angeschaut haben, also Tutorien für Selbstlerner, gibt es ja, viele oder so viele Menschen können ja nicht Data Science studieren und was uns wirklich schockiert hat, war, wie wenig eigentlich auf die ganze Datenarbeit eingegangen wird, also wie wichtig die Datenvorbereitung ist, und zum Beispiel auch Evaluation als Thema taucht sie so gut wie überhaupt nicht auf und das wird so dargestellt, auch als eine Blackbox im Prinzip für jeden. Es ist fertig, man muss nur die Daten irgendwie in diese Tabellen packen und dann macht das System schon alles wie von selbst und man muss sich um nichts kümmern und man braucht keine spezielle Expertise und das hat uns schon schockiert, also wie wenig reflektiert diese Tutorien im Prinzip Machine Learning auch dargestellt haben. Tatsächlich, das haben wir auch schon öfter erlebt bei Kunden, die selber schon mal ausprobiert haben, Dinge zu tun. Man stellt dann in der Regel fest, mal so einen kleinen Proof of Concept oder so ein kleines Tutorial, das ist schnell gebaut tatsächlich, hier Import TensorFlow und ab geht's. Mit den Beispieldatensätzen da kommt man da relativ schnell vorwärts, man versteht nicht genau, was da passiert, aber das ist, ja, viele Leute stören das nicht, die drücken auf den Knopf, importieren eine Library, sagen hier start das Programm und dann funktioniert es, sagen Heureka, ich hab's gebaut, es funktioniert. Und das hab ich schon häufiger erlebt, dass Leute gesagt haben, ja, TensorFlow haben wir uns auch schon runtergeladen, haben schon was gebaut, aber dann haben wir das hier mit unseren Daten ausprobiert, das funktioniert überhaupt nicht so gut. Also da war es dann eher noch der Punkt, dass die gesagt haben, nee, wir haben dann das, was wir da gelernt haben, die Tutorial versucht anzuwenden auf echte Daten und irgendwie funktioniert's aber nicht. Also wahrscheinlich ist Deep Learning einfach doch gar nicht so cool, weil sie auch einfach überhaupt nicht verstanden haben, wie man das benutzt und was man alles tun muss und beachten muss und wie man mit den Daten umgehen muss und so, weil in der Realität die Daten immer scheiße sind. Immer irgendwie, muss man sich intensiv mit beschäftigen. Also ich glaube, das ist halt auch, also ich meine, der Erfolg der KI und dieses ganzen Deep Learnings zur Zeit ist ja eigentlich, dass man dort vermeintlich Algorithmen oder der Algorithmus oder die Algorithmen, die da arbeiten, die sind ja genau so, dass man eigentlich sagt, okay, ich nehme jetzt ein Netz, das hat einen bestimmten Aufbau und dann kann ich eben genau sowas machen. Ich kann die Daten dann reinschieben und hinten kommt halt irgendwas raus und das suggeriert, glaube ich, vielen, ich könnte das einfach machen. Ich könnte das einfach ausprobieren, kann man ja auch und dann werde ich schon irgendwas rauskriegen, aber dass man halt genau die Expertise braucht. Früher, vor 30 Jahren oder so, hat man dann mal so Regeln geschrieben und hat so Regelsysteme gebaut, die dann eben nicht so gut funktioniert haben, wie das, was wir heute mit dem Deep Learning sehen können, aber das ist halt auch sozusagen genau die Gefahr oder vielfach so, dass die Leute dann, also dass man eben die Anwender dann tatsächlich da auch gar keine Lust mehr haben, irgendwie zu verstehen, was passiert da eigentlich oder was mache ich da eigentlich genau oder was sind die Eigenschaften von so einem Netzwerk, so muss man es eigentlich sagen. Also was mich auch noch interessiert ist das Thema, also wie können wir denn, wie können wir das lösen tatsächlich? Ich glaube aktuell gibt es Lösungsansätze. Wir als Techniker sind natürlich immer eher geneigt zu sagen, wir versuchen eine technische Lösung zu finden. Ich glaube nicht, dass das wirklich geht. Ich glaube, wir können unseren Beitrag leisten, also man kann zum Beispiel, wieder diesen Beispiel vorhin mit diesen grünen und orangenen Punkten, nicht, wenn man quasi sagt, okay, die Aufgabe ist nicht nur zu optimieren, dass wir nur Leute aufnehmen, die quasi dann auch ihren Abschluss machen, sondern ihr sollt gleichzeitig auch darauf achten, dass wir aber auch von beiden Bevölkerungsteilen quasi da niemanden benachteiligen und auch die, die es von den anderen schaffen können, von den Orangenen, dass wir die auch aufnehmen. das können wir technisch lösen. Da haben wir Algorithmen für und dann können wir eine Optimierungsfunktion machen zwischen Diskriminierung und der Zielfunktion und dann kann sich der Kunde aussuchen, wie viel er denn diskriminieren möchte und auch nach welchen Kriterien quasi. Das ist so der technische Beitrag, den wir leisten können. Was wir, also ursprünglich, ganz, ganz früher war mal so ein bisschen meine Hoffnung, dass, wir hatten vorhin diesen Punkt, bei den Menschen verteilt sich so die Diskriminierung, das Diskriminierungspotenzial so ein bisschen und dann kann man Glück und Pech haben, an wem man gerät. Und das war eigentlich früher immer so ein Beispiel, was ich gesagt habe, wenn du irgendwas von deiner Versicherung möchtest oder von irgendeiner anderen Institution, möchtest du da lieber irgendeinen Sachbearbeiter haben, mit dem die meisten Leute halt dann irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht haben, das dauert ewig und der hat ja auch den Auftrag irgendwie zu verhindern, dass du dein Geld kriegst quasi und keine Ahnung oder soll da einfach eine objektive in Anführungsstrichen KI sitzen, die dann vielleicht auch manchmal zwar zu Unrecht Nein sagt, das aber sofort quasi und meistens aber dann doch relativ fair ist und dann war so ein bisschen mein Eindruck, ah, die Welt wird ein bisschen besser und ein bisschen fairer und ein bisschen weniger diskriminierend, wenn wir quasi so dilatent jeweils unterschiedlich zwar, aber man ist nicht mehr so dem Schicksal, dem Zufall so sehr ausgeliefert, sondern nur noch weniger. Ich bin heute so ein bisschen skeptischer, was das angeht, dennoch glaube ich schon, dass das Feld an sich, KI, einen Beitrag dazu leisten kann, aber wir reden ja heute über Diskriminierung und AI, Diskriminierung an sich ist halt natürlich irgendwo ein gesellschaftliches, gesamtgesellschaftliches Phänomen, findet überall statt, wir werden das nicht mit KI lösen können, aber wir können und wir können und sollten glaube ich versuchen, dass wir die historische Diskriminierung nicht weiter verfestigen mit dem, was jetzt kommt, weil das ist tatsächlich glaube ich eine sehr große Gefahr. Wir trainieren mit Daten aus der Historie, wir wären blind, wenn wir sagen würden, ne wieso, wir haben ja niemanden diskriminiert in der Vergangenheit, Diskriminierung passiert immer überall, jeden Tag, auf verschiedenste Art und Weisen und die Diskriminierung, die passiert, die lernen wir in unseren Modellen, auch wenn wir alles richtig machen, lernen wir die und werden dann ein guter Amazon-Personal und sagen, pass auf, ein weißer Mann, und das gefällt mir gut. Das ist ja, also Diskriminierung lernen wir auch als Kinder, das ist ein Sozialisationsprozess, das sagt man ja ganz schön, Kinder, Kinder selbst diskriminieren ja nicht per se, sondern das ist ein soziales, auch ein soziales Konstrukt und eine Sozialisierung, die da stattfindet und insofern muss man sich das auch immer wieder selber fragen, jeder, jeder, die denkt, man sei nicht diskriminierend, hat man eigentlich schon verloren, sondern man muss sich selbst und seine, wie man sozusagen in die Welt geht und mit anderen Menschen interagiert, auch immer wieder hinterfragen, also das glaube ich auf jeden Fall. Das war ja nicht nur im Bereich KI, vielleicht können wir doch auch einmal die Gelegenheit nutzen, du wolltest eigentlich nochmal erzählen, was ihr sonst noch eigentlich alles tut, weil ich glaube, ihr beschäftigt euch ja nicht nur mit KI, wenn es jetzt um Technik folgen und … Genau, achso, jetzt haben wir gar nicht über das Institut gesprochen. Also wir sind jetzt mit dem einführenden Teil durch, fangen wir an zu schwitzen hier, man muss dazu sagen, wir haben hier 35 Grad ungefähr drin wahrscheinlich, keine Klimaanlage, aber wir halten uns ganz gut, das Make-up hält. schweißtropfend. Genau, ich arbeite also an der Uni Bremen, einmal im Institut für Informationsmanagement Bremen, da beschäftigen wir uns vor allen Dingen mit Technologien im öffentlichen Sektor und im Bildungsbereich. Also wir verändern jetzt nicht nur KI, sondern ganz allgemein Informationssysteme, sowohl Prozesse im öffentlichen Sektor, also da geht es um die innerorganisationelle Veränderung von Verwaltung, aber auch Verwaltung, Bürgerkommunikation und dann eben der zweite große Strang ist der Bildungsbereich, wo wir also schauen, wie Informationssysteme Bildung verändern, aber nicht nur Informationssysteme zum Lernen, also nicht nur das Lernen durch digitale Medien, sondern auch Verwaltungssysteme. Also das sind die beiden großen Themenbereiche. Und da bin ich auch noch assoziiert beim ZEMKI, das ist das Zentrum für Medienkommunikations- und Informationsforschung und da geht es dann nochmal viel stärker auch um Nutzungsforschung. Also wie verändern die Nutzung von digitalen Medien, also grob soziales Miteinander, aber auch individuelle Nutzungspraktiken und, sagen wir mal, Lebensgestaltung. Das sind so die beiden Institute, an denen ich unterwegs bin. Und es geht im Prinzip immer darum, wie Informationssysteme Sozialität auch verändern. Und dann geht es zum einen darum, wie kann man sowas eigentlich erforschen? Also wir entwickeln auch Methoden zur Erforschung von, was du vorhin eben gefragt hast, wie kann man überhaupt diese Brille aufsetzen? Dann gibt es also eine Vielzahl von Konzepten und Theorien und Überlegungen, wie man sowas sinnvoller forschen kann. Und dann geht es natürlich, und da kommen jetzt auch die Informatikerinnen durch, nicht nur darum zu beschreiben, sondern auch zu gestalten. Also es ist auch gestaltungsorientiert. Also wie kann ich Systeme gestalten, die eben sozialverantwortlicher sind? Und dann haben wir einen großen Fokus auf partizipativer Technikentwicklung. Wir haben zum Beispiel recht viele Projekte auch jetzt mit älteren Menschen gemacht, die häufig außen vor sind, für die werden Systeme entwickelt. Man sagt, die haben ein Problem und wir brauchen eine Technik, um das Problem zu lösen. Ja, genau. Aber kann man das eigentlich umdrehen? Also kann man eigentlich gemeinsam überlegen. Genau. Und hat man eigentlich mal gefragt, wie sowas aussehen müsste, um das Problem wirklich zu lösen und wirklich… Und was ist das Problem? Was ist das, genau, ja. Und also man muss schon sagen, auch ältere Menschen sind nicht nur ein Problem, sondern die haben auch wirklich viele Ressourcen, die sie einbringen können. Also sind ja häufig auch zivilgesellschaftlich recht stark engagiert und sozusagen formen auch so unser Miteinander. Und warum sollten die nicht auch eine Möglichkeit gegeben werden, technische Systeme zu entwickeln, von denen sie ja letztlich auch häufig betroffen sind. Juliane, wenn du heute mit allem, was du so weißt und gesehen hast, in die Zukunft schaust, glaubst du, dass künstliche Intelligenz eher zu mehr oder zu weniger Diskriminierung führen wird? Also so wie wir es uns jetzt anschauen, führt es zu mehr Diskriminierung. Also ich glaube, was man tatsächlich auch in der Vergangenheit sieht, bei jeder technischen Entwicklung, dass es eigentlich eher ein Multiplikator ist für… Also du würdest sagen, im Prinzip gar nicht, es hängt gar nicht jetzt so sehr an der KI, sondern alle moderne Technikentwicklungen, so wie wir in verschiedenen Bereichen das sehen, führt es eher quasi zu einer Verfestigung oder sogar Verstärkung. Genau, ich würde sagen, es ist ein Accelerator, also eine Verstärkung von, sagen wir mal, entweder bestehenden Ungleichheiten oder auch neuen Ungleichheiten. Und darüber muss man sich eben sozusagen auf der Hut sein und muss… Und da kommt jetzt wieder dieser Diskurs ins Spiel, über den wir vorhin uns gesprochen haben, das ist ein Aushandlungsprozess, den man gesamtgesellschaftlich führen muss. Also der Grund, warum ich ursprünglich auch angefangen habe, Informatik zu studieren, war, dass ich mir dachte, na ja, diese Systeme, die werden immer wichtiger, die sind überall, man muss doch die Systeme verstehen, um zu verstehen, wie sich Gesellschaft verändert. Das Problem ist, dass die Informatiker häufig gar nicht so sehr interessiert, was im Sozialen passiert und die Soziologen sagen, na ja, also die Technik, das ist was anderes, das hat nichts mit Menschen zu tun, mit Menscheninteraktionen. Ich glaube, das ist der nächste Schritt, den wir gehen müssen, dass wir verstehen, dass wir gar nicht mehr außerhalb dieser, jetzt sage ich es nochmal, sozio-technischen Systeme leben können, dass wir letztlich alle Cyborgs sind. Ja. Und ich denke halt auch, dass einfach die, du hast es vorhin auch, ich glaube, ganz zu Anfang gesagt, also wir, eigentlich sind wir aus der Erfahrung der letzten, keine Ahnung, 100 Jahre wahrscheinlich sehr technisch gläubig geworden, so, wir haben immer gesehen, über eine lange, lange Zeit Technik hat unser Leben verbessert und natürlich ist es aber was anderes, in ein Auto zu steigen und von A nach B zu fahren, wo man vielleicht jetzt auch nicht alles versteht, was da drin passiert, aber man kann es irgendwie steuern und ich denke halt, durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz verändert sich halt genau dieser Zugang und diese Interaktion zur Technologie auch und da ist es wahrscheinlich wirklich dann, wir haben heute dann auch viel über den Einsatz und die Anwendung geredet, tatsächlich wichtig, nochmal anders über Technologie nachzudenken, um da auch, um dann wirklich eine Verbesserung zu erreichen, die wir ja auch alle wollen. Also sozusagen eigentlich hier glaube ich Konsens, dass, also, wir schon glauben, widersprechen wir, wenn ihr es anders seht, also, dass das KI eine Menge Potenzial hat, um die Dinge wirklich nochmal zu verbessern und auch um uns in der Digitalisierung sozusagen zu unterstützen, aber es, ja, ich glaube auch, unser Umgang mit Technologie muss sich da verändern. Wir können nicht einfach sagen, ja, okay, nur weil jetzt die dritte Nachkommastelle und besser und weniger Daten ist das jetzt automatisch gut, sondern es, die Anwendung spielt immer eine wichtige, wichtige Rolle. Genau, das, das ist ja jetzt eigentlich nochmal ganz schön, also, wir waren heute wahrscheinlich auch ein bisschen negativ, weil das Thema gleich mit der Diskriminierung, Einstieg und die ethischen Fragen sozusagen diese große, die, die Keule schwenkt, aber ich finde auch beim Auto beispielsweise, bei der individuellen Mobilität sieht man ja auch, dass das ein Prozess ist, der sich entwickelt und mittlerweile stellen Menschen in Frage, ob das wirklich so ein Gut ist, was, ne, dass jeder ein eigenes Auto hat oder ob man nicht andere Formen der Mobilität finden muss, also man entwickelt sich ja da gemeinsam auch, also das meine ich auch mit dem gesellschaftlichen Konsens und Diskurs, den man braucht bei der Entwicklung von Technologien und die entwickeln sich mit uns und unser Miteinander mit diesen Technologien, es ist ja kein, also kein Prozess, der nur in eine Richtung geht, ne, wir entwickeln diese Technologien, aber die haben natürlich auch einen Einfluss darauf, wie wir uns selbst sehen und wie wir unser Miteinander gestalten. Hast du noch einen Tipp für uns, wie wir in der Forschung, also ihr in der Forschung und wir quasi in der Praxis, in der Realität, in der echten Welt, was können wir konkret tun, weil wir sprechen jetzt immer so in gesamtgesellschaftlichen Prozesse, dies und das, was können wir, was könnten wir ganz konkret tun, um diese deine Befürchtung, dass sich das potenziell eher verstärkt, um dem entgegenzuwirken, weil wollen tut das keiner, dass sich das verstärkt, aber was könnten jetzt Leute wie wir aus Forschung und Praxis konkret tatsächlich tun, ohne auf den Start zu warten, ohne die Projekte ins Unendliche teuer werden zu lassen, weil wir noch zehn extra Runden drehen. Hast du da Ideen? Na, ganz konkret eben diese Fragen, wenn ich dieses System entwickle und das System zum Einsatz kommt, wem kann das zum Nachteil gereichen, wer kommt im Prinzip in eine Position, wo er oder sie vielleicht noch vulnerabler ist, so eine Art Technikfolgenabschätzung für, speziell aber für ein KI-System mit so ein paar, eigentlich müsste man mal so eine kleine Vorlage vielleicht dafür. Ja, aber es gibt ja schon, was passiert mit False Positives, False Negatives? Die Frage nach den Nachteilen, das ist glaube ich was, das ist tatsächlich unterbelichtet. Also ich meine, es wird immer nach den Vorteilen gefragt, aber tatsächlich die Frage, sich mal zu stellen, für wen ist es denn, wer muss Macht abgeben, wer gewinnt, wer verliert, wenn man das System jetzt zum Einsatz bringt, dann wird es immer noch genug Fälle geben, wo man, glaube ich, wo man gut und gerne sagen kann, da hat KI was verbessert, aber diese Frage systematisch mitzustellen, das wäre, glaube ich, würde ich auch so sehen. Das heißt, man müsste im Prinzip mal so eine Art kleine Vorlage entwickeln für eine KI-spezifische Technikfolgenabschätzung, die nicht, also möglicherweise nicht so super, ich weiß nicht, wie umfangreich das bei euch normalerweise ist, ich würde es mir so vorstellen, zwei bis vier, die nach vier Seiten hinter, wenn es ausgefüllt ist, keine Ahnung, zehn bis zwanzig Fragen, wo man sagt, okay, wir können auch dann Kunden als Teil des Projektes anbieten, wir machen hier quasi noch auch eine Folgenabschätzung und beschäftigen uns mit diesem Fragenblock und gehen die wirklich systematisch durch in diesem Projekt und schreiben dann hinterher unsere Ergebnisse und unsere Ideen dazu auf und das wird dokumentiert und alles, was uns dabei eingefallen ist, berücksichtigen wir auch in der Entwicklung. Wird im Zweifelsfall einen Tick teurer dann in der Umsetzung, wird aber jetzt nicht die Kosten verdoppeln oder so. Würdest du das für sinnvoll halten? Ja, auch die Frage, wessen Problem man eigentlich löst? Also ich habe das Gefühl, also das zum einen und dann natürlich die Frage, da waren wir ja vor uns auch schon, wer definiert eigentlich, was das Problem ist, was gelöst werden muss, ne? Also für wen optimiere ich jetzt? Und dann sagt man, also dass man sozusagen nochmal einen Schritt zurückgeht und sagt, man findet nicht für ein wohldefiniertes Problem eine Lösung, sondern man hinterfragt nochmal, wessen Problem das jetzt eigentlich ist, das ich da gerade lösen möchte und fragt, wie könnte ich das sozusagen auch noch anders sehen? Dass man sozusagen noch, bevor man sozusagen schon weiß, was das Problem ist, das ist glaube ich häufig das Problem, also das ist häufig das Problem und die Herausforderung von Technikentwicklungsprojekten, dass man glaubt zu wissen, was für ein Problem man lösen muss, ohne eigentlich mit den anderen gesprochen zu, also sagen wir mal, mit Betroffenen gesprochen zu haben und das war ja was, was sozusagen in den 70ern in dem Zuge dieser partizipativen Designentwicklung ganz stark gemacht worden ist, wo man gesagt hat, also gerade in Skandinavien, wo die Einführung von Informationssystemen im betrieblichen Kontext vorangetrieben wurde, wo man gesagt hat, diejenigen, die von solchen Systemen betroffen sind, die müssen auch Mitspracherecht haben, also eine, sagen wir mal, Demokratisierung des gesamten Entwicklungsprozesses und dass man eben bei diesem Stempel, von dem du ja vorhin auch gesprochen hast, nicht nur über das Produkt am Ende spricht, sondern im Prinzip auch über einen gesamten Prozess. Ja. Ja, also genau, könnte auch Teil dieses Fragebogens sein, habt ihr im Prozess dies und das berücksichtigt und keine Ahnung. Und wenn der Fragebogen ausgefüllt ist, dann kannst du dir halt den Stempel geben dafür, kostet dann halt ein bisschen mehr Geld. Ich kann mir vorstellen, dass es Kunden gibt, die bereit sind, das zu bezahlen, gerade, also je nachdem, in welchem Projekt man halt gerade ist, wenn wir jetzt bei einem Autobauer den KUKA-Roboter im Werk steuern, der die Schraube dreht, der wird wahrscheinlich jetzt nicht, der kann Schrauben diskriminieren, aber verschiedene Typs quasi. Genau, was natürlich was völlig anderes ist, also wir machen zum Aussprache so Überwachungskamera-Sachen, wo wir Alarmanlagen überprüfen, ist das ein echt Alarm oder nicht. Könnte schon sein, dass die Alarmsysteme, weil wir trainieren es natürlich auf echten Daten und wahrscheinlich werden bestimmte Tätertypen leichter erkannt, weil sie häufiger zu sehen sind quasi. Wobei in dem Fall sind die immer so verschwommen und so pixelig die Bilder, man kann also mit Mühe erkennen, dass es auch nicht ist. Vielleicht bewegen die sich besonders oder haben bestimmte Praktiken des Einsteigens. Genau, könnte schon sein. Super spannend. Juliane, ich glaube, Sirko. Ja, sehr, sehr spannend, auf jeden Fall. Ich habe noch viele, viele Fragen, aber ich sortiere die erstmal in Ruhe. Genau. Muss ja auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass du bei uns warst. Ich fand es wirklich eine Bereicherung. Herzlichen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du es hier bei inzwischen wahrscheinlich 40 Grad so lange mit uns ausgehalten hast. Ja, ich fand es super spannend, mir hat Spaß gemacht. Mir auch. Vielen Dank für die Einladung. Hoffentlich bis bald. Sehr gerne, hoffentlich bis bald, genau. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss. Bye, bye. Tschüss. Tschüss. Tschüss.